Hallo und herzlich willkommen zum Play Podcast, dem Podcast für Playstation und Popkultur für Ausgabe 246. Mein Name ist Chris und bei mir ist wie immer oder fast immer der gute Sascha. Hallo. Du hast auch schon mal gefehlt. Das war jetzt auch kein Vorwurf, ne? Ach ja? Ja, brauchst nicht direkt so dünnhäutig sein, du Arschloch. Genau. Ja, schön, dass wir uns direkt in der Einleitung hier beleidigen. Ja. Jeden Morgen, wenn wir ins Büro kommen. Okay. Dabei, gut, dass du es sagst, sind wir gar nicht im Büro. Nein, wir haben auch Premiere, ne? Haben wir Premiere? Der erste Podcast, den wir am Wochenende aufnehmen, glaube ich. Ja, 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 genau, genau. Es ist nämlich Samstag, wir haben ja nicht frei. Ja, aber wir kriegen es an den normalen Arbeitstagen nicht hin, diesen Podcast aufzunehmen. Weil gerade ein bisschen viel los ist. Du hast eine Printabgabe, ich habe eine Printabgabe. Und wir haben die PS5 da. Richtig. Diese ominöse Konsole. Ja. Ja. Es ist also ein bisschen viel los. Und da wir beiden eh am Wochenende, ja, arbeiten müssen quasi, um alles gedeichselt zu kriegen. Ja, ich werde heute ein bisschen machen müssen, ja. Ja, ich werde auch morgen noch ein bisschen machen müssen. Aber ich sag mal so, ich werde jetzt nicht wie den Rest jetzt der Woche irgendwie bis neun abends oder so arbeiten. Nein, ich werde heute auch keine acht Stunden vollkriegen, denke ich. Aber ein bisschen muss gemacht werden. Ja, eben. Auf jeden Fall dachten wir uns, dann nehmen wir dann eben den Podcast auf, wenn wir eh am PC sitzen für die Arbeit. Ja. Denn die Alternative wäre gewesen, wir hätten ihn verschieben müssen. Und das ist scheiße. Sowohl für euch als auch für uns. Wir machen den Podcast ja auch gerne. Und es ist aber so, wir müssen unser Wochenende opfern, um zu arbeiten. Und ihr bekommt diesmal einen Podcast, der ein bisschen anders ist als sonst. Denn wir haben jetzt nicht so viele Themen, über die wir reden. Und der Podcast wird wahrscheinlich auch nicht so lang. Wir werden gleich ein bisschen was über die PS5 sagen, was wir gerade sagen dürfen. Denn die Embargos sind relativ strikt und lösen sich erst nach und nach. Da dürfen wir auch noch nicht sagen, wann. Seid einfach mal gespannt. Und verfolgt jetzt über die nächste Woche und die darauffolgende Woche gerne unsere Webseiten und unseren YouTube-Channel. Da kriegt ihr alles mit. Aber wir werden dann eben kurz auf die PS5 eingehen, was wir sagen dürfen. Und auf den Controller, was wir sagen dürfen, anhand eines einzigen Levels von Astrobot, was wir besprechen dürfen. Und danach werden wir direkt Community machen, weil A, haben wir nicht so viel Zeit. Und B, ist das mit den Themen gerade schwierig. Gerade auch, wir hatten ja angekündigt, dass ich über Spider-Man Miles Morales rede. Ja. Wofür ein bisschen die Zeit fehlt und das aus einem anderen Grund auch gerade schwierig ist, darüber zu reden. Und ich habe aber ... Zählt mal zwei und zwei zusammen. Ja, ja, ja. Aber genau dürfen wir es nicht sagen. Nee. Aber ... Ich habe nur gesagt, dass die Leute rechnen sollen. Genau. Wenn ihr meine Vorschau-Eindrücke haben wollt zu Spider-Man Miles Morales, dann hört ihr den vorletzten Games Aktuell-Podcast. Oh, was eine Überleitung. Da war ich nämlich zu Gast und habe über Spidey Miles Morales erzählt, meine Vorschau-Eindrücke aus den Interviews mit den Entwicklern und Gameplay-Material, was ich zu sehen bekam. Außerdem ist die Vorschau natürlich online, auf unseren Webseiten, in der neuen Play, die am Mittwoch rauskommt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, jetzt Mittwoch, genau. Genau. Die Abonnenten dürften sie jetzt schon haben. Genau. Und es gibt auch ein kleines Vorschau-Video auf unserem YouTube-Channel der PC Games. Ja, das aber anhand der Präsentation auf dem Showcase. Genau. Nichts gespielt. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nicht Showcase. Wir hatten ja ... Wir hatten ja ... Deutschland-exklusive Präsentation durch die Entwickler mit neuem Gameplay und so. Das haben wir auch Video bekommen. Das habe ich vielleicht mitbekommen. Umso besser. Ja, ja, doch, doch, wir hatten noch Videos bekommen, ja, ja. Ach so, na ja, dann. Da sieht man ein bisschen was vom Anfang des Spiels tatsächlich. Ähm, gut. Alter Shit. Kommen wir dann mal kurz zum Housekeeping. Wie gesagt, wir sind der Play-Podcast, der Podcast für PlayStation und Popkultur. Uns gibt es jeden zweiten Montag. Der nächste Termin ist der 16. November. Und dann können wir auch ausführlicher über Spiele und Konsole reden, was die PS5 anbelangt. Das schon mal vorweg. Nintendo-Fans haben zwar gerade keine neue Konsole am Start, aber es gibt natürlich immer Gerüchte um die Switch Pro. Und darüber spricht natürlich auch der Nintendo-Podcast, den es jeden Mittwoch gibt. Den Buffed-Casts hingeben gibt es jeden zweiten Mittwoch. Und Multiplattform-Zocker freuen sich, wie eben schon angedeutet, jeden Freitag auf den Games Aktuell-Podcast. Unser Twitch-Kanal Electric Boogaloo streamt momentan relativ unregelmäßig während der Pandemie. Aber immer wieder neue Spiele. Zuletzt haben Wolfgang und ich Watch Dogs Legion tatsächlich gestreamt. Es dürfte jetzt im November auch wieder ein bisschen schwieriger werden. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das Embargo von Legion ist, sonst könnte ich da auch was zu sagen. Aber ich lasse es besser. Wir haben ja auch letztes Mal schon darüber gesprochen. Ist Legion nicht schon raus? Stimmt, das ist heute raus, oder? Oder gestern? Oder vorgestern? Vorgestern sogar schon. Nun ja. Dann gebe ich zumindest mal eben ein ganz kurzes Fazit ab. Story-Technisch und so ist natürlich bäh. Ist ziemlich egal alles. Die Welt ist geil. Und das Gameplay macht echt Spaß. Obwohl die Spielwelt einige Bugs hat. Das muss man auch sagen. Also es sind viele typische Open-World-Bugs drin. Da fehlt es teilweise ein bisschen an Feintuning. Aber wenn man so das allgemeine Watch Dogs Gameplay mag, ist es ein echt gutes Spiel. Ich finde es nicht überragend, aber ich finde es sehr unterhaltsam. Es hat immer Momente, wo es mich richtig abfuckt, weil es gerade so doof ist. Oder irgendwas nicht funktioniert. Aber dann hat es auch Momente, die einfach so genial sind, weil man herrlichen Quatsch machen kann mit den Gadgets. Und ich glaube, das sieht Wolfgang auch so. Den Test, den findet ihr dann jetzt auch relativ zügig auf unseren Webseiten. Ja, ich glaube, wir wollten ihn auch jetzt fertig machen. Also wenn ihr den hört, ist er wahrscheinlich online. Ja, getippt hat er ihn, glaube ich, schon. Aber es ist noch nicht alles fertig. So, auf jeden Fall das zu Watch Dogs. Ich würde sagen, Entschuldigung übrigens, dass ich mich ein bisschen verschnupft anhöre. Ich habe irgendwie seit Ewigkeiten die Nase zu. und atme deshalb auch ein bisschen schwer, was viele Leute unter unserem Unboxing zur PS5, was sie euch auch auf unserem YouTube-Kanal angucken können, dann bemängelt haben, dass ich ja schwer atme, dass es ja eine Frechheit ist. Was hustest du hier? Ja. Das ist immer noch ein Podcast. Kannst du beim nächsten Unboxing-Video ein bisschen weniger Spoiler einbauen? Also ich gucke mir kein Unboxing-Video an, um zu sehen, wie die Konsole aussieht und was in der Packung ist. Ich fand es auch schön, wie sich darüber aufgeregt wurde, dass ich nicht komplett ausflippe, als ich die Konsole auspacke. Ja. Und dass der Karton schon offen war, habe ich auch einfach gelesen. Ja, natürlich war der offen. Wir müssen nachgucken, wo alles drin ist. Ja. Und ich bin halt keine zwölf Jahre alt und packe gerade zu Weihnachten eine neue Konsole aus. Ja. Ich arbeite halt jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Beruf und bin das dann doch gewohnt und bin dadurch ein bisschen abgestumpft, dass ich da neue Technik auspacke. Ja. Ja. Naja. Ja. Außerdem bin ich nicht so ein YouTuber-Assi. Aber gut. Ähm. Ja. Aber da wir gerade bei dem Thema sind, du hast sie unpackt, du hast sie in der Hand gehabt. Ich hatte sie nur kurz in der Hand. Ich habe sie noch nicht in einem Zustand gesehen. Da dürfen wir auch noch gar nichts zu sagen, leider. Ja, aber du hast immerhin, wir dürfen sagen, du hast Astros Playroom gespielt. Richtig. Wird sie dafür wohl angewiesen sein. Ja. Aber ich habe natürlich nur das Level gespielt, über das wir reden dürfen. Ja, natürlich. Und keine weiteren. Nee. Knick-knack. Ähm. Aber du hast, wie gesagt, ich hatte nur kurz die Konsole in meiner Hand, den Controller in meiner Hand. Ich habe es noch nicht benutzt. Deswegen. Bühnfrei für dich. Äh. Ja. Ähm. Ich denke, äh, zur Konsole kann man jetzt gar nicht so viel sagen. Sie ist scheißgroß. Sie ist sehr groß. Also wir haben gestern gemessen, ähm, wenn sie in dem Fuß hoch steht, dann, ähm, sind es so 43 Zentimeter wohl. Sowohl die Digital als auch, äh, die Digital Edition als auch die mit Laufwerk. Ähm. Ja, fast so lang wie mein Baseballschläger, den ich hier liegen habe. Ich dachte jetzt, du sagst Penis. That's the joke. Verstehe ich nicht. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall, sie ist sehr groß, sehr breit. Ähm. Ja. Aber ich muss sagen, sie gefällt mir, ähm, jetzt wo ich sie so in echt sehe, tatsächlich besser als auf Bildern und in Videos. Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ein bisschen besser. Ich finde, die Klappen an den Seiten, also diese Blenden, die weißen, die fand ich jetzt so auf den ersten Eindruck ein bisschen läppsch, so ein bisschen dünn. Ähm, was mich, was mich ein bisschen gestellt hat, ist, dass oben wieder Klavierlack ist. Weil das die ausgepackt und obendrauf waren sofort wieder 700 verschiedene Fingerabdrücke. Das stimmt, vom Klavierlack kommen sie einfach, äh, nicht weg. Also, äh, ich hab das letzte schon so überlegt, wenn die eine neue Konsole, äh, 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 zusammenzimmern, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, ähm, wie bei, äh, bei Asterix und Kleopatra, weißt du, wo, wo, wo die Bösen kochen. Und einer sagt immer, und dann muss da Soße rein. Und da ist immer einer, der dir sagt, und da muss Klavierlack drauf. Und der sagt, nein, nein doch. Ich weiß doch, was gut aussieht. No. Ja, sie kommen nicht davon weg, aber, ähm. Aber sonst ist es cool, ja. Sie sieht ganz schick aus. Und, äh, wo du sagst, sie sind so ein bisschen, so ein bisschen littig, wirkt das an der Seite, finde ich gar nicht so. Okay. Ich glaube, das muss auch so ein bisschen dünner sein, damit das vom Design her wirkt. Du musst sie ja austauschen können wahrscheinlich später. Genau, damit man es austauschen kann. Und, ähm, äh, ja gut, nee, das darf ich jetzt noch nicht sagen. Ja, egal. Aber, äh, ich finde, sie sieht ganz gut aus, obwohl, äh, also das Design selbst finde ich jetzt nicht geil, muss ich sagen. Immer noch nicht. Es ist halt so eine Mischung aus kleinem Angeber-PC und Hochhaus in Abu Dhabi. Ich finde es okay. Mich stört es nicht. Richtig. Also, das ist es dann jetzt. Also, ich finde es nicht geil, aber ich finde es viel weniger störend, als ich gedacht hätte. Ja. Ja, ja, ja. Ich könnte mir jetzt, wo ich sie so in der Hand gehabt und gesehen habe, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, sie in mein Wohnzimmer neben den Fernseher zu stellen, ohne dass es wie ein kompletter Fremdkörper wirkt. Ja. Oder sagst du was? Ich muss sie wahrscheinlich tatsächlich neben den Fernseher stellen, weil sie passt nicht in meine Regale. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich wollte sie ja auch eigentlich, ähm, also, ähm, ja, kann man ja sagen, äh, die, die Auflagen sind natürlich enorm bei neuen Konsolen, ne? Ja, und, äh, ich schließe die eigentlich abends immer ein, dann, ne, wenn ich nach Hause gehe und damit fertig bin. Aber ich kann diese Konsole nicht in den Schrank hinter meinem Platz einschließen, weil sie tatsächlich zu groß ist. Super. Ja, äh, da muss man halt ein bisschen mit klarkommen, aber es ist so ganz gut verarbeitet, also, ich fand es auch ganz clever mit dem Fuß, wie man den dran schrauben kann. Hab ich doch gar nicht gesehen, ich hab's hier nur kurz mal angeschaut. Das sieht man auch bei uns im Unboxing, auch wenn, wenn mich viele darauf hier angesprochen haben, den schwarzen Pinöppel, den kann man da auch in den Fuß stecken. Ja, das hab ich hinterher auch gesehen. Aber, äh, auf jeden Fall ist ja in diesem Fuß, wenn man den rumdreht hintenrum, da ist da eine kleine Schraube drin. Und auf der Rückseite, äh, der PS5 ist eben so ein kleiner schwarzer Pinöppel, den macht man raus. Und dann kann man den Fuß da drüber, Schraube rein und das Ding steht. Und dieses, äh, schwarze Nupsi kann man eben dann auch in dem Fuß verstauen. Auch die Schraube kann man immer wieder in dem Fuß verstauen. Okay. Möchte man die Konsole hinlegen, da muss man gar keine Schraube anbringen, denn es sind tatsächlich, ähm, an dem Fuß, ähm, steht wie so ein kleiner Greifarm ab, wo man dann quasi die, äh, die Konsole reinlegt und diese Arme greifen in die weiße Abdeckung rein, dass es dann feststeht. Der Fuß bei der, ähm, Disc Edition sieht ein bisschen anders aus, der hat noch so eine kleine Wölbung, aber das liegt eben daran, dass eben auch die Konsole durch das Laufwerk ja so eine kleine Auswölbung hat. Ja, genau. Und da passt du das dann eben an den Rücken der Konsole an, wie sie aufliegt und da wackelt auch nichts oder so. Und, äh, ja, alles ist fest, ohne jetzt groß irgendwie Aufwand betreiben zu müssen. Das ist schon mal gut. Ja, ich bin also wirklich handwerklich überhaupt nicht begabt, aber, äh, selbst ich hab's sehr schnell durchschaut, äh, wie ich den Ständer an der Konsole anbringe. Du hast Ständer gesagt. Ständer. Noll. Ja. Wie Jesus, der ist auch verständert. Ja. Ja, das war ein South Park-Witz, sorry. I know. Äh, ja, ähm, das kann man so zur PS5, zur Konsole sagen. Den Controller hast du auch kurz in der Hand gehabt, ne? Den hab ich kurz in der Hand gehabt, ne? Was? Ja. Red weiter, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, ich wollte nur sagen, ich hab ihn einmal in der Hand genommen, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Ähm, was ist dir denn aufgefallen an dem Ding? Jetzt mal so, wo du ihn nur kurz in der Hand hattest. Äh, Ticken schwerer, was ich gut find. Absolut, ja. Äh, der Grip ist cool, also ist ja so leicht angeraut. Ist dir was aufgefallen bei dem Angerauten? Äh, inwiefern? Wenn du genau hinguckst, weißt du, was die... Ach so, ja, das sind kleine Buttons, ich weiß. Genau, das sind... Das hatten sie vorher aber schon mal irgendwo gezeigt. Mhm, das sind die Aktionsbuttons, genau. Und das ist auch, ähm, bei der weißen Abdeckung von der, von der PS5. Ah, okay. Das ist auch drin, hm. Schöne kleine Details. Ja, nee, das hatte ich schon mal irgendwo gesehen, in einem Video oder so, im Vorfeld, dass das diese kleinen Buttons sind. Ähm, noch aufgefallen, ja, die Buttons fühlen sich gut an. Die Shoulder Trigger fühlen sich sehr gut an. Ähm, kann ich natürlich noch nicht sagen, dass ich sie nicht benutzt hab. Wie es in der Praxis ist. Ähm, 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 was war noch, was war noch? Ich fand, äh, Share und Options ein bisschen klein. Ja, gewöhnt man sich noch. Das ist noch ein bisschen kleiner geworden als vorher. Und, was noch? Ach ja, das Digikreuz ist halt... Also es ist immer noch in vier Segmente unterteilt. Wie sonst immer. Aber es hängt ein bisschen mehr zusammen, unten drunter. Also die anderen bewegen sich so einen Tick mit, hatte ich das Gefühl. Ja, also... Geht so ein bisschen mehr Richtung Xbox dadurch. Wo es ja so ein Rad ist. Mhm. Ich sag ganz klar, jetzt nachdem ich's auch ein bisschen in der Hand hatte eben, natürlich nur für das eine Level von Astros Playroom, was ich immer und immer wieder gespielt habe. Ja, 10.000 Mal. Ähm, das ist, äh, der beste Playstation-Controller, den es bislang gab. Er liegt besser in der Hand, einfach, wie du schon sagtest, mit dem Grip oder auch mit dem Gewicht. Er ist nicht so viel größer, wie es den Anschein hatte, als er vorgestellt wurde. Und die Kollegin Paula war ja sehr skeptisch, ähm, weil sie ja, gut, sie ist halt ein Zwerg und hat auch sehr kleine Hände. Ja. Und hatte da so ein bisschen Angst, dass sie damit nicht klarkommt. Ähm, das hat sie erst ausprobiert und dachte so, oh, das geht aber. So viel größer ist der ja gar nicht. Und, ähm, auch so die Tasten, die haben einen tollen Druckpunkt, sowohl die Aktionstasten als auch das Digi-Kreuz. Die, ähm, Analog-Sticks fühlen sich sehr gut an. Also, das Gummi fühlt sich besser an. Es fühlt sich so an, als würde das nicht so schnell, ähm, als würde man daran nicht so schnell Verschleiß haben wie am DualShock 4-Controller. Mhm. Entschuldigung. Alles gut. Und, ähm, was man halt sagen muss, du sagtest ja schon, die Schultertasten fühlten sich viel wertiger an, ne? Genau. Und du hast das Geile tatsächlich ja noch gar nicht mitgekriegt. Spiele können einen eigenen Druckpunkt bei den Triggern festlegen. Ja, genau. Das weiß ich ja. Das, äh, das ist unglaublich gut. Okay. Also, äh, wenn man, also bei Astrobot merkt man das tatsächlich, dass man so einen kleinen Widerstand beim Durchdrücken hat oder je nachdem, was man gerade steuert oder wie man was macht, ist der Widerstand ein bisschen größer, wo man dann durchdrückt. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist so ein kleines Detail. Das hört sich jetzt total läppisch an. Mhm. Aber es fühlt sich beim Spielen so viel, ähm, besser, so viel organischer fühlt es sich einfach an. Man ist noch mehr im Spiel dadurch tatsächlich. Und, ähm, bei Astrobot merkt man dann auch sehr schön eben das haptische Feedback des Controllers. Wenn man an Sachen zieht oder auch einfach nur über bestimmte, ähm, Oberflächen läuft. Es gibt einen Unterschied, wie dieser Controller vibriert und an welchen Stellen er vibriert. Ja, was ich, was ich so gelesen hatte schon mal im Netz ist, dass, dass es wohl so auch so das Ding gibt, ähm, wo so irgendwie so ein Lichtrenser oder sowas über den Bildschirm geht. Und du merkst halt irgendwie im Controller, wie der Lichtrenser von links nach rechts geht oder sowas. Ja, also, also, es sind ganz, ganz, ganz viele Sachen einfach, ähm... Kann ich mir nicht so vorstellen von der Beschreibung, aber ich werd's ja dann demnächst mal ausprobieren. Ja, also, das haptische Feedback, ich mein, äh, das hat Sony ja jetzt nicht erfunden. Das gab es ja in dem Sinne, ähm, mit den Triggern auch schon bei der Xbox One. Ja. Aber, ähm, 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 der, dieses Rumble-Feature jetzt in dem Dual-Sense-Controller ist so viel akkurater und genauer. So hat man das wirklich noch nicht wirklich, ähm, gespürt bisher beim Zocken. Äh, man hat wirklich das Gefühl, egal wo, was am Bildschirm passiert, dieser Controller gibt das akkurat wieder. Das ist nicht immer ein riesiger Rumble-Effekt oder sowas, es ist einfach nur mal so was ganz Kleines oder sowas. Mhm. Und gleichzeitig ist der, ähm, ist diese Rumble-Mechanik aber auch so durchdacht, dass dir das Ding jetzt nicht aus der Hand fliegt, ja, wenn mal irgendeine Explosion ist oder sowas. Ja, gut, das wär auch Quatsch. Es, 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 es rumbelt halt wirklich so angemessen und so, so, so angenehm einfach. Und dabei muss man auch sagen, ist, äh, das viel, viel leiser als eben bei der Konkurrenz. Okay. Diese Rumble-Mechanik, das, das spürt, also man, man hört es nicht sehr, man spürt es mehr. Okay. Nicht, dass es übertrieben ist, es wirkt alles so angemessen, so, so, wie ich grad schon sagte, es fühlt sich so natürlich, so organisch einfach an, wie sich das alles ergibt. Und, ähm, ich glaube, das kann in, in vielen, vielen Spielen, kann das, äh, noch einen zusätzlichen Immersionseffekt tatsächlich auslösen, was richtig cool ist. Und, äh, was man auch eben sagen muss, äh, es ist ja sogar ein Mikro in diesem Controller drin, ne? Genau. Genau. Kleine Sprachchats kann man demnächst auch einfach so abhalten, ohne, dass man da irgendwie ein Groß-Headset oder sowas für braucht. Gut, dann müssen wir dann nochmal ausprobieren, wie die Sprachqualität dann tatsächlich ist. Wahrscheinlich wird die nicht so mega hoch ausfallen, tippe ich mal. Nee, wie schon gesagt, so, 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 so Kleinigkeiten, wenn man sich mal nur kurz verständigen muss oder sowas. Äh, go right, go left oder sowas. Ja. Das, 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 dafür ist das vollkommen ausreichend, wenn man da jetzt nicht wirklich labern will, wie wir jetzt gerade. Genau, das ist, glaub ich, nix, wenn du irgendwie im Clan spielst gerade und Taktik absprechen musst oder sowas. Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, also, der Controller macht einen echt guten Eindruck. Und, äh, ich muss auch sagen, auch Astro's Playroom, das Spiel, auf das eines Level kühle Quellen, wie wir uns hier gerade beziehen, macht anhand dieses einen Levels, nur dieses einen Levels natürlich, auch einen richtig guten Eindruck. Das Ding, äh, wird nicht sonderlich lang sein. Na gut, es ist ja auch gratis dabei bei der Konsole. Ja, eben. Es, äh, es wird als 3D Jump'n'Run sicherlich auch kein, äh, kein Mario Odyssey sein, ja. Aber alles, was ich bisher davon gesehen hab. Dieses eine Level halt? Ja, dieses eine Level, äh, das ist, es ist wirklich ein sehr schönes, knuddeliges, liebevolles, äh, detailreiches Spiel geworden, was man liebhaben muss. Es führt einem nicht nur die Fähigkeiten, also, klar, es ist, es ist so ein Showcase, es führt einem die Fähigkeiten des Controllers vor, ja. Gut, ist aber auch legitim, ne. Es zeigt, was du alles machen kannst, auch mit der Bewegungssteuerung und sowas, ne. Alles gut, aber auch gleichzeitig, es steuert sich toll, es sieht richtig süß aus und es hat einige echt schöne kreative Ideen. Man, man, äh, hat so viele Anspielungen auf vergangene PlayStation-Generationen da drin. Das, äh, also, als jemand, der eben mit diesen PlayStation-Spielen aufgewachsen ist, hat das einfach so viele nostalgische Gefühle auch einfach, wie süß das dargestellt wird. Man trifft nämlich immer wieder irgendwelche Astrobots, die gerade ... In dem einen Level? Ja, in diesem einen Level, die Filmszenen drehen, wo sie gerade Szenen aus bekannten PlayStation-Spielen. Okay, cool. Nachspielen. Und, äh, man kann auch Artefakte finden und diese Artefakte sind halt, äh, PlayStation-Hardware oder Zubehör. Ah, okay. Dann findet man einen Move-Controller oder eine PlayStation 3 oder sowas dann. Okay. Ähm, und die Levels sind halt süß gemacht. Es ist nicht sonderlich schwer. Es ist eigentlich ein ziemlich leichtes Spiel. Ähm. Erzähl nicht zu viel. Äh, äh, in diesem einen Level, was ich gespielt hab, da bin ich, glaub ich, zweimal gestorben, weil ich mich dumm angestellt hab. Ähm. Ähm, aber es ist alles so schön gemacht, denn dieses kühle Quellen-Ding, da, man kommt erst halt so von einem Strand, wo alles sonnig ist, kommt man hinterher in ein Gebiet, wo es dann eisig ist, wo Astro dann auch ... Ist das nochmal unterteilt in unterschiedliche Levels oder wie? Ja, das ist dann nochmal in so kleine Abschnitte unterteilt. Ah, okay, das meintest du mit Levels gerade. Äh, äh, da, da, äh, da, dann, ähm, äh, 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 bleh, Wurtsalat. Ist egal. Strandlevel, dann eisig. Genau, da ist am Strand, da kommt halt Eis, wo er dann über die Fläche dann halt, ähm, ja, Schlittschuh fährt quasi. Das ist alles putzig animiert. Und, äh, dieses Spiel, ähm, wenn man da jetzt nicht als, ähm, super abgestumpfter Hardcore-Zocker drangeht, der über alles die Nase rümpft, ja, dann ist das so ein, so ein kleines Spiel, was einfach Freude macht, glaube ich. Okay. Also, ich hab das angefangen. Ähm. Das ist doch schön, dass es dann gerade dabei ist. Ja, und, und hatte direkt Spaß und hatte auch dadurch, wie einem das die Fähigkeiten des Controllers näher bringt, hatte ich noch mehr Bock auf die PS5 als vorher eh schon, weil auf einmal so, oh, wow. Dieser Druckpunkt, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht und sowas, ne? Ähm, ja, also, also ganz süßes, süßes Spiel basiert jetzt auf diesem Level. Ich könnte eigentlich mal sagen, wer dann irgendwann demnächst seine PlayStation 5 hat, auf jeden Fall erstmal das spielen, weil es wird wahrscheinlich nicht viel Zeit kosten und da ich dann gut, was alles möglich ist. Ja, ganz genau. Und das Schöne ist, äh, das kann man jetzt an diesem einen Level schon sehen. Das ist so, so ein Ding, äh, einmal kann man das Spiel auch einfach dem kleinen Bruder oder, oder dem Sohnemann oder der Tochter mal in die Hand drücken. Mhm. Die werden damit Spaß haben. Genauso wie, wie Erwachsene, denen man einfach die Features zeigen will von diesem Controller. Also, ähm, ich glaub tatsächlich, äh, wenn ich das dann mal weiterspiele, wird's mir auch weiterhin Spaß machen, äh, dass, äh, das ist einfach wirklich ne schöne Dreingabe ist. Ja, cool. Und, äh, für alle, die interessiert sind jetzt an Astroboard, wie das aussieht, dann empfehle ich auch noch mal unseren YouTube-Kanal PC Games, denn da haben wir das komplette kühle Quellen-Level eben, äh, online gestellt als Gameplay. Wo man auch sehen kann, äh, die zwei-, dreimal oder was, wo ich verrecke, wenn ich daneben springe. Naja. Ja. Cool. Ja, mehr gibt's da jetzt auch gar nicht so zu sagen, würde ich sagen. Deshalb, äh, ja, setzen wir einen Song auf die Liste, gehen dann in die Werbung und kommen dann schon zur Community. Wie gesagt, seid uns nicht böse, dass das diesmal ein bisschen anders läuft, aber, äh, es ist gerade so ein Tohu-Wabohu und, äh, die Alternative wäre eben, dass wir den Podcast verschoben hätten. Ja, ist ja auch keinem mitgeholfen. Eben. Deshalb, äh, Sascha. Äh, ja. Pack du doch mal einen Song auf die Liste, bevor wir in die Werbung gehen. Pack einen Song auf die Liste, der nichts mit Gaming zu tun hat, sondern ein Song ist, den ich gerade sehr, sehr oft höre. Weil das Album dazu vor einem Monat rausgekommen ist und unfassbar geil ist. Und, ähm, es ist Black Metal, also wer sowas nicht mag, kann direkt überspringen. Ähm, Uwada, Jin. Uwada? Uwada heißt die Band, Jin heißt das Song. Okay. Okay, das, äh, schickst du mir. Ja, ja. Okay, ähm, nachdem ich, äh, die, die Woche immer so, so, äh, irgendwas zwischen, zwischen 10 und 13 Stunden im Büro war und jetzt das Wochenende auch noch arbeite, nehme ich passend dazu, äh, von Feine Sahne Fischfilet den Song komplett im Arsch. Okay. Ja. Und damit gehen wir dann... Unsere Linksfaschister. Ja, ja, genau. Ich, ich bin, bin so ein rot-grünen, äh, Versiffter. Linksgrün, ich kann auch. Oder linksgrün, ach, was weiß ich. Whatever. Es ist mir auch egal, auf jeden Fall komplett im Arsch. Ja. So. Damit gehen wir in die Werbung. Bis gleich. Ja, da sind wir schon wieder, ne? Ja. 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 Gut, ne? Ja, ich fang mal an. Du fängst an? Ja. Okay, mach das doch. Michael auf Facebook hat Folgendes geschrieben. Äh, danke für den aktuellen Postcast. Ich überlege tatsächlich, mit der PS5 wieder ins Gaming einzusteigen. Die vierte Gen hatte ich ausgelassen. Mit der Ankündigung von GT7 bin ich schon ganz heiß auf die neue Gen. Final Fantasy 16 ist auch noch ganz interessant. Denkt ihr, dass es ein neues Tekken geben wird? Ähm... Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es ein neues Tekken geben wird. Aber, ähm, die lassen sich ja immer ziemlich viel Zeit, ne? Richtig, richtig. Also... Muss man nicht unbedingt damit rechnen, dass es, äh... Im ersten Jahr rauskommt oder so. Ja, dass es 2021 schon kommt oder so. Ja. Kann aber auch gut sein. Also, man weiß es nicht. Oder zumindest eine aufgebohrte Fassung oder so. Können... Vom letzten Tekken kann ich mir auch vorstellen. Können natürlich auch sein, ja. Und man kann natürlich auch das letzte Tekken, was du dann ja verpasst hast, wahrscheinlich, wenn du die PS4 nicht hattest, kann man natürlich auch eben auf der PS5 spielen, weil die Konsole ja abwärtskompatibel ist mit fast allen Spielen. Stimmt, es war nämlich 2015 oder so, Tekken 7. Oh, später, später, später. Echt? Ähm, ich würd eher sagen, so 17, 18 müsste das letzte Tekken gewesen sein. März 15. März 15? Jep. Du verarschst mich doch. Nein. Ist doch noch gar nicht so lange her, dass ich den Test gelesen hab von freien Autor, der das gemacht hatte für uns. Tekken 7. Ha. Worldwide, March 18, 2015. Das ist doch... Arcade, vergiss es. Arcade. Ich hatte Juni 17 PS4. Ha. Hatt ich aber auch nicht Unrecht, weil ich... Hatten wir vorher für Arcade raus. Hatten wir beide recht. Ja. Ja, auf jeden Fall, das könntest du dann erstmal spielen, aber Tekken 8 oder wie der Untertitel dann auch immer sein wird, bin ich mir auch sicher, dass das kommen wird. Ja, denk ich auch. Und sonst, ich weiß ja nicht, falls du Mortal Kombat... Vielleicht auch wieder zuerst für Arcade. Ja. Falls du Mortal Kombat magst, in der PS Plus Collection, wenn du PS Plus abschließt, ist ja Mortal Kombat 10 drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ist halt ein bisschen spritziger als Tekken. Gut. Ja. Baconstick auf YouTube schreibt noch, Metal-Leute, damit die Corona-Pandemie meinen Job gekostet hat, konnte ich die letzten dreieinhalb Jahre nachholen, hab mit diesem Jahr angefangen. Schönen Dank auch, es hat sich nichts geändert, herrlich. Erstmal, das tut mir sehr leid, ich hoffe, du findest schnell wieder was. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Aber schönen Dank auch, es hat sich nichts geändert, dafür finde ich es eine schöne Formulierung. Aber wie gesagt, wir drücken die Daumen. Er hat noch Fragen. Wo Victor Eipholz, was macht er jetzt? Mit dieser Frage kommt übrigens Victor auch sehr oft bei uns ins Büro und sagt einfach, Wow, Victor Eipholz. Jawohl, eh. Victor ist jetzt bei uns Produktmanager und macht hier alles Mögliche an Commerce-Produkten oder neuen Entwicklungen bei uns und betreut die als Produktmanager. Genau, und das hat nicht immer unbedingt was mit Gaming zu tun. Nee, das Letzte, was er jetzt zum Beispiel mitgemacht hat, war der Computex-Shop, wurde ja modernisiert, da hat er auch mitgemacht. Richtig, richtig. So ein bisschen in die Bahnen geleitet. Ja, das stimmt. Aber er läuft noch regelmäßig bei uns rum, also er ist noch da. Ich glaube, Victor ist ja auch so ein Vollblut-Gamer. Ja. Ich glaube, so ein bisschen vermisst er das auch mit der Redaktion und den neuen Tests und sowas. Genauso wie ein Wolfgang, ja, der immer wieder dann mal vorgekommen ist und so. Ja gut, jetzt konnte er ja Watch Dogs machen. Ja. Und sich dann halt auch immer angeboten hat, noch was zu machen. Ja. Wenn er eine Zeit hat. Ja, also wir sehen Victor noch regelmäßig und reden mit ihm und er war auch sehr erregt, als er gehört hatte, dass die PS5 bei uns angekommen war. Ja. Ja, er kam sofort rein und hat angefangen, das Paket auszupacken. Und ich dachte mir so, ähm, warte bis nach dem Unboxing vielleicht. Okay. Ja, er kam dann auch hinterher vorbei, als ich so bei mir am Platz stehen hatte. Ja. Und hat sich's mal angeguckt. Ja, man wird sich das sehen. Ja, eben. Er hat's ja auch vorbestellt, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat vorbestellt, ja. Genau. Ja. Nee, wie gesagt, Victor weiterhin. Er hat, glaube ich, sogar zwei vorbestellt und hat eine, der Matthias Dammes abgetreten. Richtig, irgendwie so war das. Ja, weil er, glaube ich, vorsichtshalbend für die Reaktion nur mit einer mitgestellt hatte. Ja. Der Vic ist weiterhin Hardcore-Zocker, aber was er jetzt bei uns im Verlag macht, hat relativ selten was direkt mit Gaming zu tun. Ja, schon, aber halt nicht mehr mit Tests und Zocken selber. Ja, ja, eben. So meinte ich das ja. Okay. Gut. Zweite Frage. Warum ist das PC-Games-Logo schwarz-gelb und was hat Sascha damit zu tun? Das PC-Games-DE-Logo ist schwarz-gelb. Das PC-Games-Logo ist nach wie vor blau-gelb. Fürs Heft. Wie, ist das fürs Heft nicht geändert? Nein, fürs Heft wird's nicht geändert. Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Nee, nee, wir haben nur, also, ich war da auch nicht komplett involviert. Ich hab's im Vorab halt mal gesehen und fand's auch ganz schick. Aber wirklich was damit zu tun, hab ich tatsächlich nicht. Weil das ist ja nun mal Marias Baustelle, die Webseite. Ich muss auch schon mal gucken. Und wir haben es halt so gemacht, also Heft-Logos ändern, wenn's jetzt nicht gerade eine Zahl ist, wie bei der Play, sondern tatsächlich der komplette Look, ist eigentlich für Kiosk-Verkäufe nicht so schlau. Ja. Wir haben auch schon Hefte gehabt, die es gemacht haben, die haben es gewagt, weil's bei ihm, keine Ahnung, dringend nötig war, oder weil sie fest davon überzeugt wurden, dass sie's doch machen müssen. Bei der PC Games sehen wir's halt so, dass wir's besser nicht machen sollten, weil das Ding ist jetzt seit über 20 Jahren, fast 30 Jahren bald, halt mehr oder weniger in der Form etabliert. Und da würden wahrscheinlich eher Käufer verlieren, die das Heft nicht mehr finden, als das von was dadurch gewinnen. Für, ähm, online ist halt die Sache, PCgames.de ist ja mittlerweile schon lange Multiplattform, und das Heft ist ja nach wie vor Single-Plattform, nur PC, und dementsprechend fanden wir's jetzt nicht so schlimm, dass wir das so ein bisschen auch logotechnisch voneinander abgrenzen. Jo. Ich muss aber auch sagen, mir gefällt das neue Logo. Ja, ich find's auch gut. Also so schwarz-weiß-gelb ist ja auch eigentlich eine gute Farbkombo, wenn man jetzt nicht grad an diesen beschissenen Fußballverein denkt. Genau. Also für eine Webseite zum Lesen ist es, find ich, auch, sieht's schick aus und wirkt moderner, wirkt übersichtlicher. Und man muss auch mal sagen, wir haben eine neue Mobil-Webseite tatsächlich. Ja. Die richtig gut funktioniert. Ja. Da sind zwar auch noch so ein paar kleinere Bugs drin, an denen gearbeitet wird, aber die Kritik wurde zu Herzen genommen, dass unsere Mobil-Webseite nicht besonders gut war, und da wurde sehr stark dran gearbeitet. Checkt die auf jeden Fall mal aus und guckt, was sich da getan hat. Denn dann kann man jetzt viel, viel besser mit dem Handy dann auch pcgames.de ansurfen. Ja, hab ich schon wieder Werbung gemacht, ne? Alles gut. Weiter. Dritte Frage von ihm ist, da Microsoft nun Bethesda gekauft hat, könnt ihr euch vorstellen, dass Sony auch so etwas macht? Macht weiter so. Medal of. Äh, naja, machen sie ja schon, oder? Ja. Kaufen ja immer mal wieder regelmäßig was, jetzt nicht zu großes wie Bethesda logischerweise, bisher. Es ist bei Sony halt, wenn sie was kaufen, also dann ist es halt meist so was wie Insomniac, ne? Ja. Mit denen sie halt schon eine lange Partnerschaft haben. Dass, äh, dass sie dann sagen, okay, ihr habt eh hauptsächlich Playstation-exklusiv entwickelt, nehmen wir mal hier das, äh, ach Gott, wie heißt es noch mal? Ja, Sunset Overdrive, für die Xbox One, nehmen wir das mal raus. Ähm. Äh, läuft alles gut, äh, ihr gehört dann jetzt zu uns. Das ist halt noch so ein bisschen anders als das mit Microsoft und Bethesda. Ja. Äh, ja, aber auch bei der Bethesda-Sache muss man abwarten. Da steht ja auch immer noch nicht fest, was denn nun und ob überhaupt irgendwas, äh, Microsoft-exklusiv sein wird. Ich bin mit Zeit-Exklusivität vorstellen bei einigen Dingen. Mhm, das denke ich nämlich auch. Ansonsten, ich glaube nicht, dass sie sich entgehen lassen, äh, Elder Scrolls auf die Playstation zu packen. Dann musst du ja eigentlich alleine schon wegen diesen enormen Entwicklungskosten, die so ein Spiel hat. Ja. So ein, so ein, äh, Elder Scrolls oder, oder auch wenn dann irgendwann ein neues Fallout kommt oder so, das, das frisst halt Geld ohne Ende. Bei kleineren Reihen könnte ich mir vorstellen, dass es dann tatsächlich Xbox-exklusiv wird, so ein Dishonored vielleicht oder so. Das, das, das denke ich nämlich auch. Dishonored ist so, ist so ein Fan-Liebling, den man sich gerne ins Portfolio exklusiv steckt, obwohl er jetzt kein absoluter System-Seller ist. Aber man hat ja an der PS4 gesehen, wenn das Portfolio mit eben ganz vielen von diesen kleinen Titeln erweitert ist, umso mehr werden die zusammen zu einem System-Seller, ne? Ja. Tja. Aber mal abwarten. Bei Microsoft, das ist, äh, das ist kein klassischer Konsolenweg, den sie einschlagen. Und da muss man abwarten, wie sich das entwickelt und was sie genau machen. Das ist noch nicht so durchsichtig wie so ein, ja, relativ normaler, straightforward Release, den jetzt, ähm, Sony mit der PS5 macht. Genau. Abwarten. Och Gott, du hast den Bacon-Sick nun auch noch vorgelesen, damit ich Axel vorlesen muss, ne? Richtig. Kannst du diese ganzen Hip-Hop-Begriffe viel besser. Axel von YouTube. Scroooy! Hier ist euer Liebling, gaga, 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 gaga. Erstens, habt ihr mal so drüber nachgedacht, euch als Prank-Play 6 zu nennen? Nein. Also, es wäre, glaube ich, ein Prank gewesen, der mit sehr viel Kosten verbunden ist, deswegen nein. Also, so sehr ich den Gedanken mag, dass Leute verwundert vor dieser Zeitschrift stehen im Kiosk und sich denken, hä, hab ich was verpasst? Ja. Es würde nicht so viel bringen, es würde eher dazu führen, dass es das Heft da nicht mehr so lange gibt, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Aber gut. Zweitens. Zum Thema hier von wegen Kritz ist respektlos. Stay fresh, Playboy, never change. Chris, you are the man, much loves, girl. Ähm. Ja. Danke. Drittens. Oh, das war eine gute Frage. Welches wird das größte Entwicklerstudio sein, das der PS5-Ära dicht machen muss? Ist aber auch eine fiese Frage. Eine fiese Frage, ja. Man wünscht es natürlich keine. Nee, natürlich nicht. Äh, aber, puh, also Entwicklerstudio, ähm, das wahrscheinlich... Kann das Sony-Entwicklerstudio sein oder ein allgemein? Ich glaube, allgemein, also da wäre das naheliegendste irgendwas, was bei EA rumschwirrt, dass da was durchdichtgemacht wird. Aber ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Avalanche es nicht so leicht haben wird, weil die Spiele in den letzten Jahren immer nur grad mal mittelmäßig waren, wenn überhaupt. Und teilweise auch technische Probleme hatten. Dass da vielleicht auch mal irgendwie zumindest eine Verkleinerung angesagt ist. Ja, aber gut. Wart mal ab, die haben ja jetzt bei ihrem Zweit-Team Harry Potter. Nee, das ist ein ganz anderes Studio, soweit ich weiß, oder? Wird das nicht zudehnen auch? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es nicht das eine Studie ist. Aber, ja, hm. Es ist halt auch fies, weil wenn man dann ja irgendwelchen Leuten auch unterstellt, dass sie so richtig failen werden, ne? Hm. Schwierig. Nee, ist doch keine Zucht, das firme. Naja. Siehst du? Ich wusste aber, dass es die in den USA sind. Hm. Wer, wer, wer sieht denn so ein bisschen wackelig aus gerade? BioWare? Ja, BioWare. Hm. Aber gut, es ist ja eh nicht mehr das alte BioWare. Das ist ja eh nur noch der Name. Ja, ich hoffe aber auch nicht, dass... Hm. Nee, ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich, keine Ahnung. Ich kann mir tatsächlich denken, dass bei 2K so ein paar Sachen... Ich hätte mir Rare vorstellen können, aber Sea of Thieves ist ja nochmal ein richtiger Erfolg geworden im Nachhinein. Warum auch immer. Weil es für ein Stream tatsächlich, glaube ich, ganz cool ist. Ja. Ich kenne auch einige Leute, die das echt begeistert gespielt haben für ein paar Wochen, als es dann größer wurde wieder. Ja, aber so schön ich das finde, dass du in Heimen gerne vorliest und jetzt deine Erfahrungen mit uns teilst von den Leuten, wenn die mal spielen, aber das ist eigentlich schon ein ziemliches Scheißspiel. Ja, hast du es denn nochmal gespielt nach dem Release? Ich habe hinterher mal tatsächlich reingeschaut, also ich habe es nicht gespielt, ich habe geguckt, was da drauf so drin ist und... Ich habe es nämlich gar nicht, also keine Ahnung. Es ist halt, ähm, das Spiel ist nett, aber es fehlt halt einfach irgendwie so viel. Okay. Das war ja auch, als es ursprünglich rauskam, dass du ein Spiel rausbringst, wo du so eine halbe Stunde zockst und dir dann sagst, jo, die letzten 10 Minuten waren aber langweilig, denn nach 15 Minuten hatte ich schon alles gesehen, so gefühlt. Ja. Naja, was auch immer. Ja. Ja, ich hoffe einfach mal, es muss niemand zu machen. Selbst die Entwicklerstudios, deren Spiele ich scheiße finde. Ja, das will man niemandem gönnen. Eben, von daher. So. Viertens. Chris bezeichnet mich als durchgeknallten, drogenehmenden YouTuber. Skurr immer dieses Cybermobi. Äh, ja. Fünftens, er hat wieder einen Timestamp für die Faker-Story gemacht und hofft, dass wir sie jeden Podcast bringen. Na. Sechst, äh, sechstens, sechstens meine ich. Sechstens. Sprecht Wörter mit Ä bitte dementsprechend aus. Sprecht Käse, Käse und nicht Käse aus. Das ist mir wichtig und fällt mir andauernd auf. Alter, so wie du schreibst, ne. Hast hier nichts zu fordern. Das nennt man Dialekt. Ese. Wenn du, okay, wir machen einen Deal, ja. Wir sprechen alle Wörter mit Ä dementsprechend aus, wenn du in den nächsten Beiträgen, die du schreibst, wirklich richtige deutsche Rechtschreibung, Satzstellung, Grammatik verwendest. Ich will das nicht. Dann, äh, das macht er eh nicht. Ja, gut. Das macht er doch eh nicht. Skurr. Das ist auf deinem Scheiß gewachsen jetzt. Siebtens. Ich wünsche mir von Zockerfreak, dass er mich mal in seine Was ist wahrscheinlicher Frage mit aufnimmt. Okay. Hat er das gemacht jetzt schon? Äh, ich glaube nicht. Zockerfreak? Du weißt Bescheid. Zockerfreak, äh, der Axel von YouTube. Möchte gerne aufgenommen werden. Ja. Achtens. Und von Felkener wünsche ich mir, dass er sich Skaterboy für die Playlist wünscht, als Strafe dafür, dass Chris Avril als Knorpel bezeichnet und das nun sogar vor laufender Kamera zugegeben hat. Äh, äh, vor laufendem Mikrofon eher. Felkener hat Macht, also kann er sich da was, kann er da sicher was bewirken? Nope. Nee. Nee, nee. Auch der Felkener darf sich keine Scheißmusik wünschen. Ähm, obwohl er natürlich sehr sexy ist, muss man sagen. Ähm, neuntens. Was ist der lächerlichste Wrestling-Finisher ever? Abgesehen von denen, wo der Gegner am Boden liegt, also könnt ihr nicht The Worm nennen. Dann kann man auch den People's Elbow nicht nennen. Ähm. Ah. Da kannst du viele nicht nennen. Hm. Hm, was ist denn so ein richtig lächerlicher Finisher? Was, von Rikishi mit den Arschbacken, war das ein Finisher oder war das einfach nur so ein Demütigungsding? Das, das, äh, Stinkface. Ja, Stinkface. Ich meine, das war so ein Demütigungsding, ne? Weil ansonsten war das der lächerlichste Finisher. Oder da haben Leute auch, glaube ich, schon mal aufgegeben. Das war der lächerlichste Finisher, wenn das zählt. Das war scheiße, ja. Ja, und... Also, das hätte ich gesagt, Yokozuna mit seinem... Ich spring vom ersten Seil runter und setze mich auf sich. Aber der liegt halt auch auf dem Boden. Ja, ja. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Ähm. Die lächerlichsten sind halt meistens die, wo ich... Wo, wo liegen. Hm. Äh. Obwohl... Oh, 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 hier der, ähm... Der, ähm... Der Elbow, den, ähm... Ich komm jetzt grad nicht auf den Namen. Den Chris Jericho bei AEW als Finisher hat. Wo er sich so rumdreht und einfach ins Gesicht haut. Der ist auch sehr schlecht, find ich. Ja. Judas Effect? Heißt der so? Weiß es nicht. Irgendwie so. Auf jeden Fall, den finde ich auch ziemlich scheiße. Ich muss mir auch noch einen aussuchen. Ich sag der F5 von Brock Lesnar, aber einfach nur, weil er den in jedem Match sieben Mal macht. Und dann ist das Match vorbei. Ich find, der F5 ist aber ein geiler Finisher. Der F5 ist ein geiler Finisher. Er ist nur im Brock Lesnar-Gimmick komplett overused. Hm. An sich ist er ein geiler Finisher. Aber ich konnte ihn am Ende nicht mehr sehen. Einfach, weil ich Brock Lesnar nicht mehr sehen konnte. Also wenn wir da sind, dann muss ich leider den Spear auch nennen. Den ich von Edge immer geil fand. Und auch Goldberg hat den gut rübergebracht, muss man auch sagen. Aber Roman Reigns, auch wenn er den auch schon geil rübergebracht hat. Das war so übertrieben hinterher mit diesem Scheiß-Superman-Punch-Spear, mit dieser Kombo. Hm. Ja. Nicht so toll. Und, oh, ich muss auch sagen ... So froh, dass Brock Lesnar Free Agent ist und nicht mehr auftritt. Muss ich mal anmerken an der Stelle hier. Ich muss auch sagen, der Finisher, den Seth Rollins zur Zeit hatte, wo er sich so ein ... den Gegner so gepackt und rumgewirbelt hat und dann mit dem Knie gegen das Kind quasi gesprungen ist. Den fand ich auch nicht so geil. Der wirkte irgendwie so zugewollt. Ja. Ich fand das, dass das Karussell von Cesaro irgendwie immer albern. Ja, aber das ist ja kein Finisher. Kein Finisher, aber das fand ich immer irgendwie ... Okay, er dreht ihn. Ja, ich mag auch diesen Airplane-Spin. Mag ich auch nicht. Den Daniel Bryan dann schon mal ganz gern gemacht hat. Ja. Ist auch nicht so meins. Aber da muss man halt auch sagen, das sind Moves, die kommen am Bildschirm scheiße rüber. Ja, aber ich weiß, in der Halle kommen sie gut rüber. In der Halle ist es geil, ja. Ja. Es gibt tatsächlich auch einige Wrestler, die finde ich super langweilig, wenn ich sie mir auf Video quasi angucke. Und in der Halle sind die super. Also ein Chris Hero war für mich immer jemand, wo ich teilweise die Matches, die als wer weiß wie geil bezeichnet wurden, stinklangweilig fand. Aber wenn ich den live gesehen habe, war das halt einer der geilsten Wrestler überhaupt. Ja, aber ist doch normal, oder nicht? Ja, kommt so ein bisschen auf den Stil an. Damals, als mir das bei Chris Hero so ging, hatte ich auch diesen Strong-Style, der sich dann immer weiter durchgesetzt hat, kannte ich dann auch nicht so. Das ist doch live, die ganzen Spot-Monkeys, die kommen noch live halt auch viel besser rüber als vom Fans, oder? Ja, klar, schon. Aber so einen Jeff Hardy fand ich auch live, wenn ich ihn mal gesehen habe, war so ein bisschen enttäuschend. Alleine ja, aber die Hardy Boys sind live geil. Das stimmt, ich hab mal... Und wenn du die Hardy Boys so in Matches anguckst, dann denkst du manchmal schon so, ach ja, okay. Aber ich hab mal eine geile Hausshow gesehen in Oberhausen 2007 oder so, wo es dann das Match gab, Lance Cade, Trevor Murdoch und Edge gegen die Hardys mit Shawn Michaels. Das wär sehr lustig. Da haben sie alle quasi so einen Sunset-Flip gemacht, um dem Gegner die Hose runterzuziehen. Und Lance Cade, Trevor Murdoch und Edge sind halt mit nacktem Arsch dann durch den Ring gelaufen. Das war sehr lustig. Okay. Aber kommen wir mal weiter. Zehntens. Wird jedes PS5-Spiel 4K sein? Auch manche Indie-Games, bei denen Grafik nicht wichtig ist. Gute Frage. Bei Indies weiß ich's nicht. Boah. Aber tendenziell werden die dann hochskaliert. Das hat die Frage, also es wird dann kein natives 4K sein. Ja. Du wirst aber alles in 4K spielen können, denk ich. Ja, das denk ich auch. Und die ganzen Blockbuster und AAA-Dinger. Die sowieso, ja klar. Sowieso 4K. Ja, muss man ein bisschen abwarten, ne? Da ist sowieso einiges noch nicht klar dafür, dass die Konsole oder die ganze neue Konsolengeneration jetzt in noch nicht mal zwei Wochen quasi anfängt. Ja. Das hatte man so vorher auch noch nicht. Ich denke mal, die Informationspolitik hat auch sehr unter der Pandemie gelitten. Ja, klar. So, elftens. Skurr. Damit ist der Axel fertig. Na dann. Weiter. Äh, Rosat Moranti fragt bei YouTube. Wie viel Lichter beträgt der Durchmesser unserer Galaxie, die Milchstraße? Ist das abgebogen? Aus einem anderen Wissens-Podcast oder so? Weißt du's? Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt getippt, knapp unter 100.000. Gibst du auch? Dann gucke ich nach. Ich, boah, keine Ahnung. Ich hätte jetzt spontan irgendwie so, irgendwas um die 100.000 hätte ich gesagt, weil ich meine, das habe ich so im Hinterkopf irgendwie abgespeichert, aber. Dann, äh, keine Ahnung, 87.000. Ich gucke nach. Keine Ahnung. So was weiß ich doch nicht. 105.700, verdammt knapp drüber. Okay. Naja. Ich sag mal so, wenn wir so was wüssten, dann müssten wir keinen Beruf mit Videospielen machen. Weißt du das normalerweise, aber ich muss trotzdem mit Videospielen. Jaja, du bist schlau, ne? Ich bin sehr klug. Mom says I'm special. Die Indie sagt, oh mein Gott, ihr müsst öfter mit Lukas den Podcast machen. Und ich habe mich totgelacht. Lukas hat halt auch nicht so viel Zeit. Wind Deckmaster, Isaac Schopenhauer, okay. Lukas ist voll geil, aber auf No-Homo-Basis. Wir richten es ihm aus. Ja, Lukas ist immer ein gern gesehener Gast. Problem ist, er hat halt auch nicht viel Zeit. Er macht den Nintendo-Podcast noch und er ist ja auch jemand bei uns, der gerne größere Themen behandelt. Ja. Da ist das schon mal schwierig. Aber wenn er kann, dann nehmen wir ihn natürlich immer gerne mit in den Podcast. Auch wenn er natürlich einen scheiß Musikgeschmacken hat. Oh ja. Jesus Christ. Ich mache mal nochmal weiter. K. Sauerkraut im Gulasch wieder. Sehr schön. Heyo Podcast People, herzlichen Dank für die Ehre. Habt mir selbst eine Urkunde gebastelt und eure Unterschriften einfach nachgemalt. Das ist straff. Er schreibt aber bitte nicht anzeigen. Ja, machen wir nicht. Herzchen Emoji. Beim Namen wart ihr schon richtig. Sauerkraut hat nichts im Gulasch zu suchen. Nie. Habt ihr so eine Art Trauma vom Shot Down the Witch 2013? Hatte nach drei Tagen ohne festen Nahrung mächtigen Kohldamm. Freute mich auf eine deftige tschechische Hausmannskopf. Und alles, was es gab, war schicke Diener Gulasch. Naja, mit genug warmen Kose. Schmeckt alles irgendwie scheiße. Was? Ich hab keine Ahnung. Sehr egal. Sauerkraut im Gulasch war dann ein langes Thema und wurde ausgebildet diskutiert. Übrig bleibt der Name. Ähm, okay. Zum 250. Wäre ein Chris-Meinungs-Special zum Franz Menischen. Bitte abwärtsichtlich mit E aussprechen. Branche-Kolleg. Echt toll. El zu Green Hell. Nach knapp 50 Stunden nervt es dann doch ziemlich mit seinem etwas zeitintensiven Nahrungsmanagement. Und hier noch der Musik. Tipp an Lukas. MTS zum Glück nicht E. Keep up the good work. Kein Sauerkraut im Gulasch. Das ist keine Frage drin gewesen. Habt ihr das richtig gesehen, oder? Ja, sehe ich jetzt auch gerade. Okay, gut. Aber immerhin ein Vorschlag zum 250. Ein Rant über die franz-menischen Kollegen. Ja Mache ich doch eh schon oft genug, oder? Ich rante nicht Ich hatte es immer schön, als mir der Ubisoft Producer auf der Vita damals, Rayman Legends, präsentiert hat, und es war ein One-on-One-Termin war, und er neben mir saß nur die Störung erklärt hat This is Raymond You press the button This is Raymond, and you can jump on the enemy And then the enemy is in a bubble And you can press the bubble by pressing the right vampire So Nein, 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 nein Ich habe das glaube ich mal gesagt beim ersten Watch Dogs hatte ich genau sowas auch, der mir das da erklärt hat Und irgendwann habe ich unmerklich mit ihm gesprochen und habe dabei selbst so ein Französisch-Z-Fall nachgemacht Oh Ich dachte anders, verstehe das nicht Man hat manchmal so Hirnfürze Ja Na gut Na ja, machst du wieder weiter? Ja, OG Lord Cool von YouTube Katy Perry oder Shakira Katy Perry Musikalisch, oder? Ich denke doch Denn wenn es ums Optische geht Da ist das bei der nächsten Frage jetzt auch Also in dem Fall Beides ohne Ton Weil beides mit Ton ist gleich schlimm Ne Also man weiß ja Shakiras Hüften lügen nicht Aber Ich bin da Team Katy Perry Und er, ja Und Aber beides musikalisch schlimm Ach, Katy Perry geht doch Das ist jetzt nicht geil Aber ich finde Bei so Popmusik ist das noch So am Erdrehen Ne, muss ich nicht haben Zweite Frage Modern Talking oder Backstreet Boys In dem Fall dann die Backstreet Boys Weil Modern Talking ist Die Best Oh, meine Mutter hat mal Modern Talking gehört Eine Zeit lang Mein Beileid Ja Und da habe ich mich sehr geschämt Damals, dass ich mit einer Weil ich was zum Geburtstag für sie brauchte Dass ich mit einer Modern Talking CD An die Kasse gehen musste Das weiß ich noch Da war ich, oh Gott Wird vielleicht da gewesen sein Zwölf, dreizehn oder so Und du hast das erste Mal Scham empfunden In deinem Leben Ich möchte, dass Morgan Freeman Diese Geschichte erzählt And that was the first time I felt shame in my life Okay Summer of 1992 Machen wir weiter mit Flapped Boah, heute ist es beim Sprechen echt schwierig Ich bin, glaube ich, zugebearbeitet Flapped, Burbs and More Frage Wie schnell schafft ihr es, einen Döner aufzuessen? Ich habe noch nie Ich bin niemand, der Um das Schnellfressens Willen schnell ist Ich auch nicht Aber ich sage mal so Und zweitens Wenn ich einen Döner hole, dann ist es ein Dönerteller Also ist da eh noch was bei Ja Also ich gehe jetzt mal vom normalen Döner aus Ja Ohne Ohne das jetzt jemals gestoppt zu haben Oder absichtlich schnell gefressen zu haben Wenn ich richtig Kohldampf habe Und ich habe so einen richtig geilen Döner Gerade in der Hand Würde ich sagen Schaffe ich so die ersten zwei Drittel Sehr schnell Und dann Döner immer zu viel ist eigentlich Und man das letzte Drittel stopfen muss Dauert es das letzte Drittel dann halt eine ganze Ecke länger Aber Ich höre auch nicht auf zu essen Weil der Döner so geil ist Und ich den alle essen muss Musst du ihn alle essen? Ja fertig essen Meine Güte Das Wort alle essen ist ja schön Ach halt aufs Maul ey Habe ich alle gegessen Habe ich alle gegessen ja Habe ich richtig alle gegessen Das ist genauso furchtbar wie wenn Leute sagen Habe ich ausgelesen Das kann ich gar nicht Es ist scheiße aber es ist tatsächlich Ich weiß das geht Weil sich das irgendwie durchgesetzt hat Aber ausgelesen ist furchtbar Wer das sagt ist ein schlechter Mensch Ja Der ist der PS5 nicht würdig Auslesen gibt es ja auch noch So Daten auslesen Ja aber jetzt bezogen auf ein Buch Ja schon klar Aber es ist nicht grundsätzlich jemand Der dieses Wert benutzt ein schlechter Mensch Wer es in Bezug auf ein Buch benutzt Ja das ist ein sehr schlechter Außer er liest das Buch aus Indem er es in Elektronisch Irgendwie einliest Er liest das Buch aus Indem er es in elektronisch irgendwie einliest Sag du nochmal was gegen alle essen du Ich glaube wir sind beide durch Ja ich lasse dich jetzt erstmal alle reden Ja lass mich alle reden Dann mache ich weil die Du hast immer noch nicht gern vor Wie schnell Ja ich bin doch drauf eingegangen Wie schnell weiß ich nicht Ich habe es noch nicht Noch nicht gemessen Hier ist spontan Das ist ein ganz normaler scheiß Döner Im Fladen ist Hätte ich jetzt gesagt Fünf Minuten Ich glaube da überschätzt man sich halt Weil das letzte Drittel sich zieht Wenn man eigentlich schon satt ist Ja keine Ahnung Keine Ahnung Sollten wir mal Weißt du das ist doch was für die 250 Wir holen uns beide vorher einen Döner Und machen dann das Döner Wettessen Im Podcast Das hört sich bestimmt richtig toll an Ja und vor allem wenn wir dann nachher dann alle aufstoßen müssen Das ist auch super Und der ganze Podcastraum riecht nach Zwiebeln und Knoblauch Ja ist das Wenn wir dann überhaupt wieder im Podcastraum podcasten Die 250 Ja gut Das ist mit Januar glaube ich Ich richtig rechne Ich habe keine Ahnung Wer weiß Was da noch kommt Wir sind jetzt bei der 246 Lest du mal vor Ich rechne mal kurz Okay Darth Vader PS4 Von YouTube Holla die Waldfee Wat ein geiler Podcast Euer Bericht zu AC Valhalla Fand ich mega gut Freue mich schon voll drauf Da ich das erste Mal bei euch kommentiere Habe ich natürlich auch eine Frage an euch Gelegentlich streame ich Just for Fun Aktuell auf YouTube Was ist der Unterschied zu Twitch Wo ihr ja auch seid Bei YouTube finde ich halt gut Dass die Videos gespeichert bleiben Ist das bei Twitch auch so Bis dahin und macht weiter so PS Chris Deine Podcasts Und die in denen du zu Gast bist Sind immer die geilsten Deine Art ist göttlich Und es gibt immer was zu lachen Macht weiter so Und ändert das nicht Egal Mach weiter so Und ändert das nicht Egal was die Kevins da draußen sagen Möge die Podcast Macht mit euch sein Ähm Ja Ich hab mal guckt Der 250. ist am 28. Dezember Okay Also ein voraufgezeichneter Mh Ähm Müssen wir uns auch was für überlegen Ja PS Chris Äh Ach jetzt wollte ich das Nein Ich wollte das nicht nochmal vorlesen Boah ich bin so durch den Wind ey Vielen Dank Für äh Für das Lob wollte ich sagen Meine Güte Ich muss schlafen Ja Dann schlaf doch lieber heute Ne Ich muss erst mal was wegarbeiten Äh Ja zu deiner Frage YouTube oder Twitch Ähm Ich bin jetzt nicht in dieser Streaming-Gilde Wer weiß wie drin Dass ich mich damit super auskenne Ich glaub Twitch ist einfach die Die größere und gängigere Plattform Die sich da durchgesetzt hat Für Livestreams zumindest Ja YouTube hat ja auch nachgezogen Erst was Livestreams angeht YouTube war ja Lange nur Video hochladen Twitch war lange Video Livestream Hat erst irgendwie in den letzten Jahren Wir sind das ein bisschen vermischt Aber sollte das nicht eigentlich abgeschafft werden Dass man Livestreams auf YouTube machen kann? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Da hab ich nichts mitbekommen Sollte das nicht eingestellt werden? Ich weiß es nicht Ähm Keine Ahnung Wie gesagt ich bin da nicht so drin Äh Ihr habt bei YouTube wie das gespeichert Ich glaub bei Twitch kann man das auch speichern Bei Twitch kannst du es einstellen Ja Das kann man einstellen Und ich glaub ab einer gewissen Abonnenten- oder Followerzahl Oder so Baut man sich dann eine Bibliothek auf Ich bin mir da nicht sicher Das weiß ich auch nicht Bei Twitch ist ja sehr sehr vieles An Follower Ja Gebunden Aber ich glaub du kannst auch sagen Dass du manuell Dass du auf Dass du quasi die Aufnahmen Zur Verfügung stellen willst Mhm Auch wenn du kleiner bist Mhm Und man kann auch glaube ich So Highlight Clips da irgendwie rausstellen Und so Genau Kannst du auch Aber ja Tut mir ein bisschen leid Dass wir deine Frage jetzt nicht Richtig beantworten können Ja Wir sind jetzt nicht die Streamer-Pros hier Ne Ich bin halt Unser Hackfressen will auch niemand sehen Das stimmt Aber Ich stell mich halt einfach vor die Kamera Wenn ich Ja Gebraucht werde Muss Oder grad Zeit habe Oder so Weil es irgendwie dazugehört Aber Ja Ich bin jetzt Ich sag mal so Ich bräuchte das nicht Dass ich vor die Kamera gehe Ja Rein persönlich Ich find's jetzt auch Mit dem Unboxing von der PS5 Auf YouTube Dass das Video so abgeht Wir haben Auch über 160.000 Views Ja mittlerweile Äh Weil wir noch woanders geteilt wurden Und was nicht alles Und anscheinend Irgendwie so mit die einzigen waren Die ne Die ein Unboxing von der Digital Edition Gemacht haben Weltweit Ähm Find ich natürlich geil Dass Dass ein Video von uns so erfolgreich ist Aber Ich sag mal so Ich persönlich bräuchte das nicht Von so vielen Leuten Auf YouTube Geguckt zu werden Jetzt allein Auf Auf meinen Äh Ego gezogen Ich brauch's auch nicht Ohn Äh gut Gerne Mhm Aber Ich brauch auch niemanden Der mir dabei zuguckt Wie ich Während ich rede Ab und zu mal trinke Oder mich an der Nase kratze Ja Da ist es mir lieber Äh Es kaufen die Leute das Heft Oder lesen auf der Webseite Achso wie so Ja Da seh ich auch eher meine Stärken Aber gut Ähm Machen wir mal Ich mach jetzt den Scorps Beer direkt noch mit Ja 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 Kommen wir zum Forum Scorps Beer Äh Hat glaube ich auch jetzt länger nichts geschrieben Aber ein Ein treuer Hörer Trotzdem Er schreibt Danke Ah ja Noch eine Frage Was ist der bessere Name Taserface oder Slapjack Taserface Ich mein Denkmal Taserface Ich sag Taserface 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 klingt dumm Und Slapjack nicht Slapjack ist ein Kartenspiel Und Taserface ist ein cooler Typ aus Guardians of the Galaxy Duh Taserface ist jemand dem ins Gesicht geschossen wurde Mit einem Elektrostunner Ich mag Taserface Das bringt mich immer zum Lachen Ja es bringt einen zum Lachen Aber es ist nicht besser Es ist lustiger Slapjack hört sich an wie ein masturbierender Esel Nein Das ist nur in deinem Kopf Chris Das hab ich dir schon mal gesagt Team Taserface Absolut Okay Außerdem schreibt Scorps Beer Abschließend dann nochmal Danke Weißt du wofür er sich bedankt? Nur für den Podcast? Wir hatten doch Im letzten Podcast Hattest du gesagt Ich hab heute noch kein Dankeschön von euch gehört Oh Echt? Da haben wir ein bisschen drüber rumgewitzelt Kann mich da nicht dran erinnern Aber egal Hier ist ja auch schon wieder zwei Wochen her Ja Und wir haben ein gewisses Alter mittlerweile Ja So ich mach weiter Zockerfreak fragt im Forum Tag Playteam Keine Frage Keine Frage Eher ein Kommentar Ich befasse mich nun schon seit einiger Zeit mit Crash Bandicoot 4 Ich möchte dieses Spiel so gerne lieben Aber eigentlich hasse ich es abgrundtief Es liegt einzig und allein an einem unfassbaren Schwierigkeitsgrad Dieser scheint geradezu aus den Tiefen der Hölle zu stammen Wenn man das Spiel regulär durchspielt Ist es bereits sehr herausfordernd und stellenweise unfair Sobald man dann versucht in einem Level alle Kisten zu sammeln Oder ohne ein Leben zu verlieren Ist das Spiel ein Spaziergang durch die Hölle Die Platin Trophäe habe ich schon längst abgeschrieben Aber der Komplettist in mir versucht trotzdem Möglichst viel aus dem Spiel rauszuholen Dass dieses Vorhaben mehr Gefluche als Spielspaß zufolge hat Dürfte jedem Dürfte aber jedem der diesen Text gelesen und halbwegs verstanden hat Klar sein Deshalb ist Crash Bandicoot 4 auch mein persönlicher Flop des Jahres Klingt hart aber das Spiel raubt mir wirklich den letzten Nerv Dark Souls ist das weniger frustrierte Spielerlebnis Ich hoffe sehr dass Activision bei Crash Bandicoot 5 Den Schwierigkeitsgrad auf ein humaneres Niveau senkt Ich habe es noch nicht gespielt Deswegen kann ich da nicht zu sagen Aber Crash war ja schon immer schwer Ja Ich hatte ja vor zwei Podcasts glaube ich Kurz drüber geredet Da habe ich so die ersten paar Level gespielt Und hatte da schon gesagt Dass es da schon zu Anfang Relativ knackig ist Also dass es sehr schnell knackig wird Da fand ich es aber noch gut Aber Wo er das jetzt schreibt Also ich persönlich Bin halt nicht dieser Komplettist oder Trophy Hunter Und denke da dann auch nicht drüber nach Aber ich glaube tatsächlich auch So wie das schon am Anfang ist Und ich habe es jetzt nicht weitergespielt Wie gesagt Dass dann wirklich Wenn du so alles sammeln willst Und alles machen willst in diesem Spiel Dass das halt wirklich Eine Folter ist dann Da kann ich ihn gut verstehen Obwohl ich jetzt nicht Die gleiche Erfahrung gemacht habe Wie er Denn Alles was ich auch so gehört habe Ist das super schwer Kollege Olaf Bleich Freier Autor von uns Hat das ja getestet Ja Auch drüber gesprochen Der hat das zusammen mit seiner Freundin durchgespielt Zu dem Zeitpunkt noch hochschwanger Da kann man auch mal sagen Gratulation An Ja An Olaf und Lena Zum kleinen Mika Alles Gute An Olaf Ja Olaf Junior Olaf Junior Jetzt schon größer als der Vater Aber nicht so behaart Und Und im halben Jahr fällt der Schwanz ab Nein What Olaf alles Gute Und Der hat es mit seiner Freude durchgespielt Und Der hat auch schon gesagt Dass es teilweise dreckig schwer ist Dass er auch froh war Quasi das zusammen mit jemandem auch durchzuspielen Dass man sich auch schon mal so den Controller weiterreichen konnte Weil dann irgendwann auch so ein bisschen die Geduld Für eine Stelle aufgebraucht ist Also ich glaube Weiterhin Was ich bisher gesehen habe Und was er so erzählt hat Dass es ein richtig tolles Spiel ist Was sehr Die Stärken der alten Teile Auch weiter hervorbringt Aber Ich verstehe Den guten Zockerfreak da total Wenn man es so spielt wie er Dass es dann halt Eine ganz dreckige Nummer sein kann Okay Weiterhin schreibt er Vollkommen gefrustet Habe ich mich daraufhin In dem Walking Simulator Everybody's Gone to the Rapture hingegeben Das mit dem direkten Vergleich mit Crash Bandicoot 4 So richtig gut getan hat Kein Wunder Ist der spielerische Anspruch Dieses Spiel ist doch gleich null Die Atmosphäre und die nebulöse Geschichte Haben mich in ihren Bann gezogen Kennt ihr euch mit diesem Genre aus Und könnt weitere Empfehlungen Im Bereich der Walking Simulatoren geben What Remains of Edith Finch Auf jeden Fall Ja Mein Genre ist es halt überhaupt nicht Aber ich Kannst mir das paar sagen Die gut sind What Remains of Edith Finch Ist glaube ich das Beste so Ist fantastisch Wirklich Das ist ein Sehr sehr Wundervolles Schönes Teils tief trauriges Ganz ganz toll Erzähltes Und kreatives Spiel Obwohl man eben eigentlich nur Rumläuft Und dann mal mit Sachen interagiert Das ist wirklich So Erzählerisch Ist das eine Grandiose Erfahrung Dieses Spiel Tatsächlich Also das würde ich jedem empfehlen Firewatch dann wahrscheinlich noch Was hast du gesagt? Firewatch oder wie das heißt? Ja Firewatch genau Firewatch genau Du nimmst alles vorweg du Ja ja Pass auf mal gucken Ob ich das nächste auch noch vorweg nehme Also Firewatch Hab ich damals bis zu einem gewissen Punkt geliebt Das ist wirklich auch Ein schönes Spiel Man muss halt damit klarkommen Dass man immer Auf der Karte gucken muss Um zu navigieren Aber Sehr sehr schönes Spiel Das Ende fand ich allerdings Bisschen enttäuschend Da muss man mit dem Gedanken dran gehen So der Weg ist das Ziel Denn davor ist alles wirklich sehr sehr gut Ja und das ist ehrlich gesagt noch Journey Ich finde ich Walking Simulator Aber schlicht so ein bisschen die selbe Kerne Was Meditatives angeht Du da hab ich überhaupt Falls du so nicht gespielt hast Da hab ich überhaupt nicht dran gedacht Aber Journey kann man da schon Reinbringen ja Ja Es ist Journey ist wirklich brillant Es ist kein Walking Simulator In dem Sinne Aber Aber auch meditativ Und entspannt Und der Weg ist das Ziel Passt da auch Es ist Es ist auch Wunderschön Erzählt Obwohl kein einziges Verständliches Wort In diesem Spiel vorkommt Genau Das ist Also Journey ist wirklich Eine tolle Reise Da kann man sich mal drauf begeben Ist auch in zwei Stunden Durchgespielt Wie die meisten von diesen Von dieser Art spielen Absoluter Tipp Und Was ich selbst Nicht gespielt habe Aber was ja immer wieder Empfohlen wird Sind Gone Home Und Dear Esther Und so Stimmt Ja die gibt's auch noch Vanishing of Ethan Carter Hab ich noch gespielt Das fand ich aber Ein bisschen zäh Okay Und da ist auch Einige Rätsel Die man da lösen muss Die sind ein bisschen doof Und so Aber Also ich glaube Journey Firewatch Und vor allem Auch What Remains of Edith Finch Sind so Die Dinger Die man dir ans Herz legen kann Es gab letztens noch so eins Was so in die Journey Kerbe geschlägt Wo du quasi In irgendeinem Nordischen Verschneiten Gebiet Eine wandernde Seele Spielst Machen wir gerade nicht drauf Wie es hieß Scheiße Sagt mir jetzt auch so nichts Dass ich dir da irgendwie Helfen könnte gerade Schwierig Ähm Tja Lässt du mal den nächsten Vielleicht fällt's mir noch ein Ähm Zockerfreak schreibt weiter Welches ist das Eurer Meinung nach Ikonischste Playstation Maskottchen Boah Eigentlich Crash Bandicoot Müsst man normalerweise sagen Also für die Playstation 1 Ich mein die Playstation 1 War ja eigentlich Moment Also Crash war für die Playstation 1 Was denn für die PS2 Finde ich da gab's keins Nicht wirklich Bei der 3 kann man Sackboy verargumentieren Aber obwohl das Sackboy klar ja sicher Das war halt auch mehr Von Sony gewollt Als dass es sich jetzt Wer weiß wie durchgesetzt hat Dass die Leute gesagt haben Oh das ist aber das Maskottchen Und die 4 hatte meiner Meinung nach Auch keins Ähm Boah Nee Schwer Also obwohl Crash ja mittlerweile Keine Sony Marke ist Ratchet und Clank vielleicht Würde ich sagen Ist das irgendwie so Eine Marke Die man immer mit Playstation In Verbindung bringt Ja Ja schon Legend und Clank Jack and Dexter Keine Ahnung Ich weiß nicht Wer Also ist es bei Bei der Playstation Tatsächlich schwerer Als bei Bei der Xbox Und bei Nintendo Sowieso Hm Hm Ähm Ja keine Ahnung Puh Am ehesten Ja Da das auch immer noch Playstation exklusiv ist Oder Vielleicht jetzt Astrobot Vielleicht entwickelt er sich dahin Klar Ja Ikonisch ist er jetzt nicht Aber vielleicht entwickelt er sich dahin Gerade dadurch Das Playroom jetzt bei der PS5 dabei ist Boah Kann ich schlecht beantworten Ja Ja Also Sony hat da definitiv noch Nachhol Mhm Ja Gut Kommen wir zur vierten Frage Was denkt ihr jetzt wahrscheinlicher Dass in den nächsten Jahren Fat Princess zum ikonischsten Playstation Maskottchen avancieren wird Oder dass Chris sich seinen Bart komplett abrasiert Liebe Grüße Zockerfreak Ähm Also ich hab jetzt nicht vor den Bart abzurasieren Aber äh Trotzdem Ich glaub es ist wahrscheinlicher Ja 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 Definitiv Gut Dann liest du doch den Rambo Zamba Rambo Zamba sagt Hey 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 ihr Hübschen Danke fürs Eingehen auf meine Kritik vom letzten Podcast Und ich denke da hab ich etwas schlimmer verstanden Als du es meintest Chris Ich denke die stille Treppe gehört für dich nun zur Vergangenheit Äh Sonst hab ich nicht Hm Äh Mal kurz dazu Äh Du Äh Alles gut lieber Rambo Zamba Ich glaub Äh Und das kenne ich selbst Äh Wenn man selbst von irgendwas betroffen ist Was da worüber sich mal lustig macht wird Da ist man dann schon mal ein bisschen dünnhäutig Das äh Wie gesagt Hab ich auch schon mal Alles gut Ja Äh Äh Sonst hab ich nicht viel zu sagen Äh Sonst hab ich nicht viel zu sagen außer dass der sonderbare Lukus Der einen sonderbaren Äh Sonderbare Lukus Lukas Lukus Lukus Wie sexy ist denn Dass du irgendwie ein kompletter Gothic Typ oder so bist Nicht wahrscheinlich Sonst wird er nicht Rambo Zamba sondern Grufti Mufti heißen oder so Ja oder I'm so sad Was 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 denn Ja äh Mach doch weiter Ja ich mach weiter Ähm Zweite Frage Da ich irgendwann mit 50 nicht arbeiten möchte Versuche ich Sehr schön Versuche ich finanziell unabhängig in Klammern auch reich genannt zu werden Äh Und investiere in Gaming Aktien Ob Take 2, Tencent oder EA Alle haben ein solides bis sehr gutes langfristiges Wachstum Leider steht es leicht konträr zu meiner Spielevorliebe Und es zeigt sich immer wieder Dass AGs leider nicht immer einen guten Einfluss auf die Spieleentwicklung haben So was soll ich nun machen und was denkt ihr darüber Ähm Also Was ich erstmal drüber denke Dass du mit 50 nicht mehr arbeiten möchtest und Und deshalb versuchst reich zu werden Ähm Damit kann ich mich voll identifizieren Ja Aber Aber so richtig einen Weg dafür gefunden habe ich noch nicht Ähm Und ähm Für Für Aktieninvestitionen Äh Dafür kenne ich mich damit Viel zu wenig aus Ähm Deshalb würde ich hier auch tatsächlich Äh Quasi passen Äh Bei den Empfehlungen oder sowas Denn äh Ich weiß noch Bei Headlock haben wir auch schon mal eine Frage gekriegt Ob von jemandem Ob er in WWE-Aktien investieren soll Wo wir halt auch so gesagt haben So Boah Keine Ahnung Ich wollte gerade sagen Weil da halte ich mich raus Da empfehle ich über nix Ähm Also Äh Schwierig Schwierig Ich habe übrigens das Spiel gefunden was ich meinte Das heißt Arise A Simple Story Da ist aber ein bisschen mehr Gameplay da drin Also es ist gleichzeitig Jump'n'Run So eine Mischung aus Jump'n'Run und Journey Ah okay Das kam Letztes Jahr im Dezember raus Mhm Also das könnte man sich auch mal angucken Habe ich noch nie was von gehört Muss ich leider sagen Ja Bonus Achso Entschuldigung Ja sag weiter Bonus Schrage von Rambuzamba Eure innersten Gefühle zu den beiden Präsidentschaftskandidaten aus den You are a Sunday Wie Bore das ausspricht Das wäre es glaube ich Ich grüße euch und wünsche ein schönes Beisamen sein Was extra oder versehen Egal Beisamen sein In Liebe Rambuzamba Er hat das doch letztes Mal Irgendwann schon mal gemacht Wo er Hier Sprache zu Text verwendet hat Für den Forumbeitrag oder nicht Keine Ahnung Aber Beisamen sein ist schön Ja Ähm Ja Okay Ich sag's einfach Ich halte Joe Biden für Einen ziemlich Langweiligen Politiker Für eine ziemliche Luftnummer auch so ein bisschen Ja Ähm Der einfach nur Das Äh Ja wie Amis immer sagen Das Establishment Oder Das ist ein typischer Establishment Politiker Der Der schon ewig in Washington ist Aber Das Lass mich mal kurz ausreden Ähm Der Der halt irgendwie so auch Einfach dieses alte Ähm Unmoderne von den Demokraten repräsentiert Dass sich da seit Vielen Jahren in den Strukturen nichts getan hat Aber Ähm Überhaupt Um wieder zu einem Status Quo zu kommen Und wieder Äh Ein riesiges Land wie die USA Diese Weltmacht Irgendwie unter Kontrolle zu kriegen Ist es wahrscheinlich nicht das Schlechteste Wenn man erstmal Nach einem Trump Jemanden hat Der Äh Der nur den Status Quo wiederherstellt Ähm Der aufräumt wieder Genau Äh Weil es muss einfach Müssen erstmal wieder die Wogen geglättet werden Man muss wieder zurück Zu einem gewissen Punkt kommen Denn Trump halte ich für einen Ähm Einen verlogenen Rassistischen Psychopathischen Psychopathischen Narzisstischen Faschistischen Soziopathischen Soziopathischen Äh Betrüger Und äh Auch einfach Für einen schlechten Menschen Ein Conman Ja Einfach Und für dumm Ich glaube das Wort Was ihn perfekt umschreibt ist In allen seinen Nuancen Ist er einfach nur ein Arschloch Ja Ja Absolut Ein richtig dummes Arschloch Ja Wird jetzt auch wieder Leuten nicht passen Wir sind auch kein Politik-Podcast Aber Aber wir dürfen unsere Meinung herabgeben Und für mich ist Trump ein Arschloch Ja Aber wo er gerade Borat angesprochen hat Du hast den zweiten Film jetzt auch gesehen Ja 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 Habe ich Äh Wie fandest du ihn? Sehr gut Nicht so gut wie den ersten Du fandst ihn glaube ich besser als den ersten Tatsächlich Ich kann mich nicht so recht entscheiden Ich finde Ich fand den ersten schon noch Nicht klar besser Aber schon noch Spürbar besser Aber der zweite ist immer noch sehr sehr gut Und besser als ich ihn auf jeden Fall erwartet hätte Das auf jeden Fall Also ich finde der erste Was halt geiler ist Man hat mehr mit dem Charakter Borat selbst Der halt einfach Ja Als Als Figur Immer Die Immer über die Grenze des guten Geschmacks geht Hat man damit natürlich Spaß Beim zweiten fand ich tatsächlich Waren die Geskripteten Comedy-Sachen viel besser als im ersten Ja Und Der hat mich Gut Der hat mich Überrascht mit vielen Sachen Die er gemacht hat dann Wo ich nicht so ganz mit gerechnet hatte Und Ja das stimmt Das Ende war sehr schön Ich Ich will nicht sagen Dass der zweite besser ist Absolut nicht Ich glaube das ist so So eine Tagesform-Sache Was man gerade lieber mag Aber Ich finde ihn auf jeden Fall genauso gut Ich habe den sehr geliebt Als ich ihn geschaut habe Der zweite jetzt war Weitaus geskripteter Also es waren mehr Skript-Szenen drin Wenn du mich fragst Bin mir auch nicht sicher Ob bei diesen Hidden-Cam-Dingen Angeblich Oder Wo angeblich reale Leute sein sollen Ob das wirklich alles reale Leute waren Das hatte ich ja beim ersten Teil schon Das hatte ich beim ersten Teil tatsächlich nicht Weil wenn du auch seine Die Bits vorher Die Sketche gesehen hast Dann Das war halt normal Den Charakter kannte damals halt auch noch keiner Ja Und jetzt waren halt Szenen dabei Wo ich mir denke Nie im Leben sind das gerade reale Menschen Ich hatte den ersten aber teilweise auch Wo Da war mehr ungeskriptetes Aber da war auch Viele Sachen wo ich dachte Nee Leute Das habe ich im zweiten noch deutlich stärker gehabt Und Das ist eigentlich auch egal Ja Und der zweite war deutlich politischer Der erste wäre einfach nur Culture Clash Das stimmt natürlich Ja Der zweite war jetzt schon Relativ eindeutig Anti Anti Trump Anti Pence Ja Oder auch ganz einfach Was politisch in diesem Land falsch läuft Ja ja Was Leute da teilweise denken Genau Anti Anti Far right Ja Und es waren halt auch Sachen drin Also Ich mag wirklich Humor Der über die Stränge schlägt Und an Schmerzgrenzen geht Aber da waren Sachen drin Wo ich halt Ja Wie ich vorgesessen habe So Boah Alter Ja ja Also wo er sich Wo er sich verkleidet Also in seinen Augen Wie ein Jude aussieht Und in die Synagoge geht Ja Da habe ich auch gedacht Anita Das war so ein Moment Wo ich zwischen Zwischen Verzweiflung Schock Und aber auch Auch Lachen Irgendwie geschwankt habe Wo ich überhaupt nicht wusste Wie ich irgendwie meine Wie ich diese Szene verarbeiten soll Ja Dasselbe hatte ich auch bei dem Tanz Oh Mit seiner Tochter Ja Da habe ich auch vorgesessen Und dachte mir so Ah Unangenehm Ja Aber man muss auch mal sagen Seine Tochter In dem Film War fantastisch Sehr sehr gut gespielt Ja Ja Waren sowieso viele Sachen drin Die ich lustig fand Also wo sie bei dieser Bei dieser Instagram Influencerin Sugarbaby da sitzt Ja Und Und die Bierflache Mit ihrem Arsch aufmacht Ich glaube nicht Dass es der Arsch war Sie hat doch Hat auch gesagt Sie macht das mit ihrem Arsch auf Oder nicht Nein Doch das hatte sie gesagt Hat sie nicht gesagt Mit With my woman hole Oder sowas Ich meine Sie hat gesagt Mit ihrem Arschloch Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Ich glaube eher Dass sie es vorne aufgemacht hat Aber ist auch egal Was auch immer Es war auf jeden Fall Mit beiden Dingen Sollte man keine Bierflasche öffnen können Das war eine Szene In der ich fast gestorben bin Ja Aber ja Also Ich mochte ihn sehr Würde ich eine Empfehlung Für aussprechen Ist ja auch kostenlos Auf Amazon Prime Also für Prime Abonnenten Genau Falls man ihn noch nicht gesehen hat Unbedingt schauen Und Hast du jetzt mal Cobra Kai geschaut Zufällig Nein noch nicht Sind ja alle immer so geil drauf gewesen Ich habe jetzt die erste Staffel fertig geschaut Und muss sagen Ich finde es bei weitem nicht so Mega genial Wie viele tun Okay Aber ich finde es echt unterhaltsam Also sie haben ein paar echt schöne Sachen drin Mir ist ein bisschen Persönlich ein bisschen zu viel Highschool Romance Zeugs Da manchmal drin Aber Ist schon eine sehr unterhaltsame Serie Auf Netflix Kann man sich auch angucken Werde ich mir auch nochmal irgendwann zugemühte für Mandalorian Staffel 2 ist jetzt auch gestaltet Aber da habe ich noch nicht reingeguckt Ne ich auch nicht Ich habe noch nicht mal Disney Plus Oh okay Nun gut Nun gut Kommen wir doch Zum letzten Community Beitrag Ja Dieses Podcast Machst du Ich habe doch gerade gelesen Oder nicht Rambozama habe ich gelesen Hast du ja Stimmt Scheiße Chris is on fire 81 Hat uns nochmal eine Mail geschrieben Hallo ihr Verrückten Zunächst einmal möchte ich dir Chris Zu deiner Beförderung gratulieren Vielen Dank Nach dem Weggang der Zedlack-Zwillinge Und anderen Veränderungen bei der GA Bin ich als treuer Leser Seit der zweiten Ausgabe Von der GA Zu Play 4 gewechselt Zumal ich eh nur noch auf der Playstation zocke Mit dir als Redaktionsleiter Kurz Verbesserung Ich bin kein Redaktionsleiter Ich bin wenn dann nur leitender Redakteur Werde ich mir das Ganze aber noch einmal überlegen Gut mir nicht oder was Das ist sehr lieb von dir Lieber Chris Ich habe dir jetzt auch eine halbe Jahre gemacht Ja Hallo er liest doch die Play Die du machst Ja stimmt auch wieder Er hat sich da Liest beide man Ja genau Du kannst beide lesen Aber wo man jetzt auch mal ganz ehrlich sein muss Ja wenn du Playstation zockst Nur reicht die Play Ja dann reicht die Play auch Natürlich wäre es geil Wenn du uns unterstützt Und beide Hefte liest Aber wenn du eh nur auf der Playstation spielst Dann ist die Play wahrscheinlich sogar das passendere Heft Sag ich da ganz ehrlich Ja da sind ja alle Playstation Themen drin Eben Da sind ja auch noch PC, Switch und Xbox Genau Aber Da ist mehr Playstation drin Einfach aus Prinzip Weil mehr reinfasst Weil wir haben 100 Seiten Playstation Die GA hat 100 Seiten alle Formate Richtig Wo das wichtigste von allen Plattformen drin ist Ja Da kann man höchstens sagen Wenn jetzt einer unserer Hörer sagt Ich zocke gerade auf Switch und auf der Playstation Und vielleicht auch auf PC oder so Ja dann ist die GA natürlich praktisch Dann ist die GA eben wahrscheinlich das passendere Heft dann Also für meine persönlichen Zockergewohnheiten Wäre die GA tatsächlich das beste Heft Weil ich zocke Playstation Ich zocke Switch Ich zocke PC Ab und zu auch mal Xbox Also eigentlich habe ich alles da Ich muss da ganz ehrlich sagen Als ich noch Leser war Ich habe halt mehrere Hefte im Monat gelesen Ja Genau Also ich habe mir immer auf jeden Fall Ein Playstation exklusives Heft gekauft Was halt eigentlich Zumindest in den zwei Jahren Bevor ich bei der Play angefangen habe Immer die Play war Ähm Und ich habe mir meistens dann noch Entweder ein Xbox Heft gekauft Oder ein Multiplattform Heft Ähm Aber ja Also bevor ich angefangen habe War ich PC-Action lese PC-Action habe ich auch eine Zeit gelesen Das waren die zwei Jahre oder zwei, drei Jahre Wo ich viel PC gespielt habe Ja Ich habe mich tatsächlich im Verlag beworben Für PC-Action Ich habe damals Also ich bin ja als Leser Direkt mit der ersten Zeitschrift Die ich immer gelesen habe Bin ich ja quasi Computech auf den Leim gegangen Das war für mich die Ja Das war für mich die Oh, gut, gut Ja Das war für mich die Endzone damals Weil ich ein N64 hatte Und äh Danach kam für mich die Playstation 2 Und ähm Ich habe dann klar Natürlich auch das Das OPM damals gelesen Weil die immer eine Demo Disc dabei hatten Aber ähm Bin relativ schnell Äh Wenn ich mir nicht gerade Beide Hefte gekauft habe im Monat Bin ich auf die Playzone umgesiedelt Die mein Onkel auch immer gelesen hat Mhm Weil mir einfach der Stil Sehr gut gefallen hat Und ich fand zum Beispiel den Äh Äh Ja Jetzt bei Ubisoft PR Äh Den Kollegen Mike Bütteführ Fand ich immer super Der Büwe, klasse Ja Den habe ich immer gerne auf der DVD gesehen Ich habe gerne seine Texte gelesen Da gab es so ein paar Leute Ähm Und das ging dann so Und dann hatte ich halt eine Phase Wo ich PC gespielt habe Mhm Was habe ich gelesen? PC Action Wo ich dann wieder hauptsächlich Playstation gespielt habe Habe ich die Play 3 gekauft Also Ja Ich weiß nicht Computex begleitet mich schon viel zu lange in meinem Leben Können wir gerne ändern Äh Ne ich habe seit Mitte der 90er eigentlich hauptsächlich PC gezockt Und Playstation Das waren dann immer meine Nebenkonsolen für Sportspiele, Rennspiele und sowas Ähm Meine letzte Nintendo Konsole tatsächlich war das Super Nintendo Danach bin ich auf PC und Playstation umgestiegen Aber eine Switch hast du ja auch, ne? Eine Switch habe ich jetzt mittlerweile auch, ja Ich hatte dann Ähm Ich hatte auch irgendwann mir einen 3DS noch geholt Hm Den habe ich auch, ja Ja, genau Aber die benutze ich tatsächlich viel zu wenig Wenn nicht mal Zelda spielen Den 3DS habe ich auch sehr selten benutzt Die Switch, ähm Benutze ich nicht so regelmäßig wie meine Playstation Mhm Aber immer wieder Ja, ich muss jetzt endlich mal Das ist gerade im Urlaub Ja, für den Urlaub ist die Switch super Finde ich auch Und ich muss auch sagen, halt die Marios oder hier Luigi's Mansion 3 Genau Die habe ich halt auch dann so am Fernseher gezockt dann Ja Ähm Das Problem ist halt, dass ich keinen Urlaub mehr habe Ich muss auch mal gucken Ich habe noch viel zu viel Urlaub dieses Jahr Und durch die Überstunden Und jetzt Wochenende arbeiten und sowas Kriege ich ja schon wieder Ausgleich Ich kriege keinen Ausgleich mehr, du bist jetzt leidende Am Arsch Äh, nun ja That comes with the title That you are sitting there Sehr länger The title I don't have yet In theory Nun ja Ähm Äh, gut Äh, sind wir schön Abgeschwurft Abgeschwurft Ja Ja Aber, äh, ist doch schön Egal was ihr für Hefte, äh, von Computec lest Ob es die Endzone ist Oder, äh Die, die, die Play Oder, ähm, die GA Ähm, oder die PC Games Was halt eure Vorlieben sind Auch wenn ihr vielleicht unseren Podcast hört Weil wir so viel Quatsch labern Ähm Wir freuen uns über jeden Der uns irgendwie unterstützt Ja Denn, ja Erstmal ist das schön Wenn man merkt Die Arbeit wird weggeschätzt Und zweitens Können wir uns davon Essen kaufen Eben Und Essen ist gut Ja Ich mag Essen Magst du auch Essen, Chris? Äh, hast du mich mal angeguckt? Natürlich mag ich Essen Oh Äh, gut Weiter geht's mit Chris is on fire 81 Äh, Ed Sascha Die 81 in meinem Namen steht tatsächlich für meinen Jahrgang Und nicht für mein Alter Aber es heißt nicht Chris is on fire Sondern wie Chris schon richtig vermutet hat Chris is on fire Ist doch schön, dass Ich mir mit euch beiden auf der einen Seite Den Namen Und auf der anderen Seite Den Geburtsjahrgang teile Zudem hoffe ich Dass du die Schalke-Klatsche Beim Derby gut überstanden hast Als Schalke-Fan Sollte man das derzeit Ja aber gewohnt sein Ja Ich würdest du sagen Die steigen ab Die ist ja und fertig Äh, ich hoffe nicht Ich hoffe Schalke fängt sich noch Ja, die steigen ab Kriegen keine Lizenz Nächstes Jahr auch Originalliga Ach jetzt Schwarzmalerei hier Abwarten, abwarten Äh, ja Ja, wer weiß Aber wie gesagt Wir hatten ja auch schon mal drüber das Thema Ich gucke eh nicht mehr so viel Bundesliga wie früher Wer weiß wie dann Corona noch geht Dann kann die Bundesliga eh dicht machen Auch wieder Stimmt auch wieder Dann ist alles in der Regionalliga So toll wie diese Vorführvereine Äh, Vorzeigeverreine Äh, da anscheinend gewirtschaftet haben Alle, ja Mhm Und die, die immer die größte Fresse haben Sind die, die am lautesten jammern Ja Äh, ja Gut Äh, weiter Zu seinen Fragen Aktuell habe ich kein PS Plus Abo Werde es aber demnächst Alleine schon wegen der PS Plus Collection Wieder abschließen Zudem erhoffe ich mir dadurch Meine aktuellen HDD Spielstände Von der PS4 in die Cloud hochladen Und dann auf die PS5 transferieren zu können Wisst ihr, ob das funktioniert Oder hätte ich schon bei der Erstellung Des jeweiligen Speicherstandes Das Abo haben müssen Kann ich ansonsten Sollte das nicht funktionieren Mit einer externen Festplatte arbeiten Die von Sony vorgeschlagene Lösung Mit der Verbindung von PS4 und PS5 Über LAN-Kabel finde ich suboptimal Habe nämlich keinen Bock Beide gleichzeitig betreiben zu müssen Ähm, also Festplätze sollte klappen Und hochladen sollte eigentlich auch klappen Eben Du willst den ja hoch Sobald du PS Plus hast Genau Ähm, einfach über ein Menü Genau Also du musst nicht PS Plus gehabt haben Schon zu dem Zeitpunkt Als du angefangen hast Das Spiel zu spielen Der Speicherstand an sich Ist nicht als PS Plus Oder nicht PS Plus gefleckt Eben Es wird einfach nur quasi dein Profil Was du auf der Playstation hast Wird erweitert Um das PS Plus Angebot Genau Wo eben auch diese Cloud Dann dabei ist Und dann gehst du einfach Ähm Im Menü Auf Ähm Ähm, ach Gott Äh, Speicherstände hochladen Ja Irgendwas mit Speicherstände steht Da ist glaube ich sogar ein PS Plus Zeichen Daneben dann Ja genau Ähm, da gehst du dann auf äh Intern Speicher Wo eben deine ganzen Speicherstände sind Und kannst die dann aufwählen Dass du die in die Cloud hochlädst Genau Ähm, wie reibungslos das genau funktioniert Mit Speicherständen Von der PS4 Dann auf die Version Die man in der PS5 hat Da können wir jetzt natürlich noch nichts genau zu sagen Aber eigentlich müsste das klappen Ich kann mir vorstellen Da können wir nichts zu sagen Da dürften wir auch noch nichts zu sagen Aber wir können tatsächlich auch können der Fall Also, weiß ich nicht Richtig Ähm Ich kann mir auch vorstellen Dass es bei ein paar Spielen Vielleicht Probleme gibt Aber normalerweise dürfte das gehen Bei den First Party Dingern Würde ich mir keine Sorgen machen tatsächlich Das stimmt, ja Ja, aber Ja, das mit dem Larmkabel verbinden Finde ich auch blöd Aber externe Festplatte Ähm, die von der PS4 akzeptiert wird Einfach mal googeln Was da am besten so Äh Benutzt wird Und dann klappt das auch Aber wenn du ePS Plus machen willst Die Cloud ist dein Freund Also Ich bin sehr froh tatsächlich darüber Ich weiß nicht Wie oft ich schon Speicherstände hin und her geschoben hab Zwischen meiner privaten PS4 Und der Arbeits PS4 Ich bin sehr, sehr froh Dass es dieses Feature gibt Ja So Weiter Ihr hattet doch mal angedeutet Den Play Podcast öfter abzuhalten Wie stehen die Chancen, dass ihr künftig wöchentlich sendet Aktuell stehen ja viele Themen an Und ich würde mich darüber sehr freuen Höre viele Podcasts, da ich im Außendienst oft und lange mit dem Auto unterwegs bin Und finde den Play Podcast von allen mit Abstand am besten Und das, obwohl ich auch den GA Podcast Danke Auch da danke für das Lob, ja Äh, zeitig ist halt, glaub ich, aktuell ein Problem Das ist echt schwierig, ja Sascha macht zwei Hefte mit der Play und der PC Games Ähm, ich mach ein Heft und bin ja auch einer von den Leuten, die gerne und oft die größeren Themen behandeln bei uns Da ist das schon immer schwierig Teilweise ist es ja schon mit diesem zweiwöchentlichen Rhythmus für uns beide sehr schwierig, da einen Termin zu finden Ähm Deswegen machen wir jetzt Samstag ein Ja Was ich mir vorstellen könnte Da müssten wir mal gucken, wie der Produktionsplan nächstes Jahr auch aussieht Dass wir das vielleicht so machen, dass wir Ähm Zu meinen Sonderpodcast rein Also Sonderpodcast sowieso wird es bestimmt immer mal wieder geben Ähm Ohne jetzt Anspruch auf Regelmäßigkeit zu stellen, bitte Ähm Aber dass wir vielleicht das mal so schieben, dass wir nicht in der Genau in der Produktionswoche von PC Games und GA, sondern dann Eine Woche später quasi den Podcast machen Dass wir da mal was umschieben Dass wir vielleicht mal Ja Einmal wöchentlich machen und dann von dem einen Punkt dann Äh An dann zweiwöchentlich weiter Ähm Das wäre sehr gut Ja Da müssen wir uns was überlegen, aber das ist halt auch eine Sache fürs neue Jahr Ja Ähm Ich kann auf jeden Fall sagen Wenn wir die Chance irgendwie kriegen sollten Äh Dass wir wöchentlich podcasten können, hätte ich nichts dagegen Mir macht's Spaß Ja Aber aktuell sehe ich da in der Aufgabensituation, die wir haben Jetzt nicht so die Lust für, ehrlich gesagt Nee Das ist schwierig Wir tun unser Bestes Ja Aber auf die Den zweiwöchentlichen Playpodcast könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen Ja, klar Äh Seht ihr ja dann Zur Not nehmen wir dann sogar Samstag auch Ja Ähm Ähm Bei jedem Samstag bräuchte ich das jetzt nicht halt, ne? Nee, nee, absolut nicht Äh Äh Wimmer wäre jetzt besser gewesen als am Montag, oder? Ja, klar, auf jeden Fall Gut Machen wir weiter Mal, du bist Montag wahrscheinlich im Büro, ich bin noch im Homeoffice Ja Ähm Nun gut Chris is on fire Weiterhin sagt er Viel Spaß beim Zocken mit den Next-Gen-Konsolen Bin schon etwas neidisch Und haut rein Äh Ja Reingehauen Ja Ich würde sagen Äh Wir hauen dann jetzt auch rein Indem wir Bevor wir Stunde 40 tatsächlich Was? Stunde 40 haben wir tatsächlich schon wieder geschafft Ja, dachte ich mir schon, dass wir das mit Community hinkriegen Äh Auch vielen Dank, dass ihr uns so fleißig Fragen stellt oder einfach Feedback gebt und auch mal ein bisschen Bullshit auch schreibt einfach, der uns auch erheitert Äh Das könnt ihr gerne weiterhin machen unter, äh, im Kommentarbereich von YouTube zum aktuellen Podcast, in unserem Forum Auf Facebook Auf Videogameszone.de oder pcgames.de, auf Facebook oder auch gerne, äh, wie der Chris is on fire ist, macht, ähm, 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 mir per Mail einfach schreiben an christian.dörre, mit O-E-Dörre Theoretisch könnt ihr uns auch Theoretisch könnt ihr uns auch antwittern, wir haben beide einen Twitter-Account Genau, das ist bei dir, Sashlow Mhm At Sashlow, zusammengeschrieben alles Ja Äh, bei mir ist es Großes S, großes L Ja Das ist, glaube ich, egal, ne? Ja, ich vergatt es nicht, ist nicht Bei mir ist es, glaube ich, einfach At Chrisplay4 Ja Könnt ihr uns auch, äh, auf Twitter anschreiben Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über Vernünftige Beiträge, ob jetzt, äh, Kritik, lustiger, lustiger Bullshit, ernst gemeinte Fragen Schreibt uns gern Ja, Fertigungen werden ignoriert Ja, oder ihr werdet halt zurückbeleidigt, ne? Oder so Oder nicht im Podcast, sondern dann Die jeweiligen Plattform Ne, schon im Podcast, ne? Oh, komm, hä? Ja Keiner da, doch Nein, ähm, ja In unserer neuen Rubrik, der Pranger Ja Justin aus Essen hat geschrieben Ja Ihr seid voll der Hurensohn-Podcast Unsere Antwort darauf Fick dich, Justin No Wir haben das an deine Mutter weitergegeben Nachdem wir sie gebumst haben Nein Lass uns aufhören Ich komm zu jemandem, der garantiert viele Mütter gebumst hat Denn ich, äh, setze einen Song von Bruce Springsteen auf die Liste Äh, Atlantic City Oh, sehr schön Ich wüsste nicht, dass du Bruce Springsteen magst Das ist sehr sympathisch Ja, nicht alles, aber, äh, der Mann hat so ein Riesenportfolio Da sind so viele gute Sachen bei Und auch, ähm, wie er sich so gibt Äh, ich mag halt Musiker, ähm, die in ihren Liedern Geschichten erzählen können Ja Das, äh, das finde ich sehr, sehr toll Ähm, da, ähm, zum Beispiel in Johnny Cash Ähm, wo ich auch viele Songs Habe, die ich musikalisch jetzt gar nicht so genial finde Ähm, wie zum Beispiel, äh, hier, der, 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 ähm The Ballad of Ira Hayes heißt es, glaube ich, ne Wo ich die Geschichte, die er erzählt, aber ganz toll finde Und wie er das macht und mit welchen Stilmitteln Genauso deshalb mag ich auch, äh, zum Beispiel jetzt Moderner Musiker, Frank Turner, sehr gerne Und, äh, der Boss Kann das natürlich auch sehr gut Deshalb, äh, packe ich Atlantic City drauf Bruce Springsteen aus den 70ern und Anfang der 80er Ist fantastisch Ja, absolut Äh, ich packe drauf Von Shadowkiller 1600 Okay, kenne ich nicht Band ich kürzlich jetzt für mich entdeckt habe Äh, ist relativ unbekannt, also Indie-Band aus den USA Machen ziemlich klassischen 80s Heavy Metal Super gute Eingängige Griff raus Cool Kann man gut mitbrölen, super fürs Autofahren Na, klasse Ja Ich hoffe okay Ich hab Hunger Ja Äh, ich auch Ähm, ich würd sagen Wir hören uns dann Am 16. November wieder Und dann gibt es wirklich Die volle Dröhnung PlayStation 5 Darauf könnt ihr einen lassen, ne? Ja You can let one on Bis dann Ciao, ciao Tschüss bis dann Sex Also Jun ш ляn 啊